Antibiotika sind eines meiner Lieblingsthemen und Vortragen würde ich auch gerne, also werde ich euch heute beglücken. Das Ganze soll interaktiv ablaufen. Wir werden uns verschiedene häufige ambulant erworbene Krankheiten anschauen und ihr sollt ein bisschen mitarbeiten, okay? Was für Diagnostik brauchen wir noch? Welche Therapie leiten wir ein? Mir würde es aber zuerst nur interessieren, in welchem Jahrgang die Leute hier so sind. Wer ist KPJ und aufwärts? Okay, passt. Ihr müsst Dosierungen wissen. Wer ist viertes, fünftes Jahr? Auch sehr gut. Ihr müsst Dosierungen ein bisschen wissen. Wer ist drittes Jahr abwärts? Passt, okay. Wir haben ein breites Sortiment an Publikum hier. Wir werden trotzdem versuchen, euch alle dort irgendwo abzuholen, wo ihr seid. Gut, ganz, ganz wichtig ist immer eine große Frage. Wie lange behandelt man einzelne Erkrankungen? Okay, shorter is better. Mittlerweile, wir behandeln eine Pylenephritis keine 14 Tage mehr. Wir behandeln eine Gramm-negative Bakterimie keine 14 Tage mehr. Eine Pneumonie auch keine 10 Tage mehr. Wie lange wir das behandeln, werden wir uns in einzelnen Bereichen anschauen. Okay, ich nehme das noch nicht vorweg. Dann kurz zur Auffrischung. Wir haben Bakterizide und bakteriostatische Antibiotika. Bakteriozide kann man noch einteilen, ob sie konzentrationsabhängig bakterizid sind. Das heißt, ob der Spitzenspiegel relevant ist für die Bakterizide oder ob sie zeitabhängig bakterizid sind. Das heißt, der Anteil der Zeit, über der die Konzentration des Antibiotikums über der MHK liegen muss. Welches Antibiotikum ist das Paradebeispiel für eine zeitabhängige Bakterizid? Welche Klasse? Beta-Lactame. Beta-Lactame sind zeitabhängig bakterizid, haben alle eine kurze Halbwertszeit, kommen wir heute noch dazu, dosiert man meistens dreimal täglich, bis auf wenige Ausnahmen. Okay, zeitabhängige Bakterizid und ein Klassiker für eine konzentrationsabhängige Bakterizid sind Kinolone. Also Fluorkinolone besser einmal hoch dosieren als zweimal niedrig dosieren, wenn es die Halbwertszeit zulässt. Beispiel Levofloxacin, einmal 750 Milligramm, sollte aus theoretischen Überlegungen besser sein als zweimal 500 Milligramm. Okay. Übrigens auch das Metronidazol, Handelsname, Anaerobex, gibt MENT wieder dreimal 500 oder ist eigentlich auch eher konzentrationsabhängig zieht, besser einmal 1500 Milligramm. IV. Oral bei den Clostridien schaut es anders aus. Und dann haben wir halt auch noch die Aminoglycoside, die klassischerweise auch einen Spitzenspiegel haben. Aber die lassen wir heute weg, die werden wir nicht wirklich brauchen bei unseren Erkrankungen hier. Gut, dann ist natürlich wichtig, um empirisch Sachen abdecken zu können, wir brauchen, man muss wissen, welche Krankheiten werden von welchen Erregern ausgelöst. Das nehme ich auch noch nicht vorweg, weil das werden wir uns pro Bereich separat anschauen. Und wir starten gleich mit dem ersten Fall. Wir sind beim Hausarzt. Eine 32-jährige Frau, sie hat keine Vorerkrankungen. Junge, gesunde Frau, da freut man sich. Leichte Schmerzen und brennen beim Urinieren, häufiges Wasser lassen. Leichte Schmerzen im mittleren Unterbauch, sie hat kein Fieber, kein Flankenschmerz, keine Allergien. Was hat sie? Brauchen wir noch irgendwelche Parameter? Wollen wir noch was wissen? Was tun wir? Harnstreifen, Mittelstrahlharn, sagt der Kollege. Und was würdest du dir erwarten? Okay, du sagst Protein und Hämaterie, aber auf was schaust du hier im Speziellen? Bakterien im Harn. Wie siehst du das beim Harnstreifen? Nitrit, genau. Klebsiella, E. coli und Proteus sind Nitritbildner. Könnte man nitritpositiven Harn sehen, okay? Und Leukozyten, Leukozytorie könnten wir sehen. Gut, brauchen wir noch was? Harnkultur. Beim Hausarzt, Harnkultur? Krankenhaus kann man das machen, Hausarzt nicht. Labor beim Hausarzt? Nein, brauchen wir nicht. Klinische Diagnose, Harnwegsinfekt, okay? Aber können wir es noch spezifizieren? Ganz simpel. Zystitis, okay? Harnwegsinfekt, oberer oder unterer Harnwegsinfekt. Zystitis, ganz simpel. Auf die Blase beschränkt. Dysurie, vermehrtes Wasser lassen. Brennen. Pylonephritis, ganz leicht, mit Flankenschmerz. Die Frage ist aber, was ist der fieberhafte Harnwegsinfekt? 85-jährige Frau aus dem Pflegeheim, die hat nicht einmal gescheit Dysurie. Die hat nur Fieber, man weiß Leukozyten im Haar nach. Sie hat aber keinen Flankenschmerz. Es ist keine Zystitis, es ist aber auch keine Pylonephritis. Komplizierter Harnwegsinfekt. Es ist ein fieberhafter Harnwegsinfekt. Ist er kompliziert? Schauen wir uns noch an, was es dafür Kriterien gibt. Gut, wie therapieren wir die Dame? Phosphomycin, sagt der Kollege. Welche Dosierung, wie oft? Einmal drei Gramm sind es. Monoril, wenn man es geben will, ja. Andere Vorschläge? Piffmetzlinarm, sagt der Kollege. Welche Dosierung? Dreimal ist schon mal gut, das ist ein Betalaktarm, haben wir schon gelernt. Dosierungen unterschiedlich, dreimal 200, dreimal 400. Manche sagen dreimal 600 oder mehr beim ESBL, aber das ist ein bisschen zu viel. Dreimal 400 kann man schon geben, ja. Cephalosporine, oral, suboptimal. Wir sind beim Hausarzt. Wollt ihr alle Antibiotikum geben? Keine anderen Ideen? Viel trinken, ja. Was ist viel trinken? Vitamin C, sagt die Kollegin. Cranberry Saft, Cranberry Saft. Hilft Cranberry Saft bei der Zystitis? Nur im Labor, genau. Da gibt es ein Cochrane-Ravio aus dem Jahr 2014 und der sagt, das hat keine Evidenz, okay. In vitro hemmt es die Anhaftung von den Bakterien an der Wand, Blasenwand und es wirkt antibakteriell, aber wie bei allen alternativen Methoden muss man sich immer fragen, hat der Wirkstoff ausreichend hohe Konzentration am Zielort. Das hat er hier nicht, dann müsste man literweise Cranberry Saft trinken, okay. Also können wir schmeißen. So, diese Dame kann man antibiotisch therapieren. Wie werden wir uns denn überlegen? Muss man aber nicht, okay. S3-Leitlinien, Harnwegsinfekt aus dem Jahr 2018 oder 2017 glaube ich sind die, die sprechen eine Kann-Empfehlung aus für, dass man junge Frauen mit einer leichten Zystitis mit einem Schmerzmittel behandeln kann. Ibuprofen. Ein paar Tage Ibuprofen, dreimal 400 Milligramm und das vergeht von alleine wieder. Spontanremissionsrate bei der Zystitis 50% in sieben Tagen, okay. Man muss nicht jede Zystitis antibiotisch behandeln. Was sind die Keime von einer Zystitis? E. coli. E. coli ist der Leitkeim, macht fast die meisten, ja. Proto-Esklebsiella. Saprophytikus. Staphylococcus saprophytikus, manchmal. Auf jeden Fall E. coli. Klebsiella protois. Dann kannst du auch der Citrobacter, Enterobacter machen. Manchmal von mir ist ein Pseudomonas. Auch manchmal die Enterococci. Die Enterococci werden ja meistens immer verdächtig beim komplizierten Harnwegsinfekt. Ob das so ist, schauen wir uns noch an. Ich finde das nicht immer ganz so sinnvoll. Gut, also wir sagen, entweder geben wir ein Antibiotikum. Eines, das wir vorher schon genannt haben. Entweder ein Phosphomycin oder Pif-Mezilinam oder ein Nitroforanthuin. Kann man geben laut Guidelines oder man gibt dir gar nichts. Okay. So. Zweites Beispiel. 27-jährige Frau. Keine Vorerkrankungen. Sie hat seit ca. 2 Tagen ein Brennen beim Urinieren. Fieber bis 39 Grad. Flankenschmerzen rechts. Wir sind im Krankenhaus. Da kriegt jeder ein Labor. Leukos hat sie 17.000. CRP 190. Milligramm pro Liter. Es gibt, da ist der Grenzwert 5. Es gibt auch das mit Grenzwert 0,5. Milligramm pro Deziliter. Dann wären das 19. Also AKH verwendet die 90 Deziliter. Wir außerhalb Liter meistens. So. Diagnose haben wir schon. Pylonephritis. Was machen wir mit ihr? Brauchen wir noch was? Nehmen wir sie auf? Oder schicken wir sie heim? Wer nimmt sie auf? So, warum nimmt ihr sie auf? Du mit der grünen Kappe. Wieso nimmst du sie auf? Du hast aufgezeigt und ich sehe dich. Du bist leicht zu identifizieren mit der Mütze. Ja, um ihr Antibiotikum IV zu geben. Kann man argumentieren. Ja. Wer nimmt sie nicht auf? Warum nimmst du sie nicht auf? Jung, keine Vorerkrankungen. Wir wissen, wir haben ja nichts stehen von sie erbricht, ihr ist schlecht, ihr ist übel. Das heißt, sie könnte auch oral therapiert werden. Man kann sie für den nächsten Tag wieder bestellen. Genau. Was würdest du ergeben oral? Nitrophoranthoim bei der Pylonephritis? Nein, leider falsch. Zipro? Welche Dosierung? Sie sind dritten Jahr, muss keine Dosierungen wissen. So, wer hilft der Kollegin? Wenn wir ihr Ziprofloxazin geben würden, welche Dosierung würden wir ergeben? Oral. Zweimal 500 zum Schlucken, oder wenn man ganz hoch reinfahren will, zweimal 750. Okay, zweimal 500 reichen wahrscheinlich. Oder man gibt ein Levo, einmal 500, einmal 750. So, die Frage ist, kann man Levofloxazin geben oder nicht? Kinolone haben ja auch viele Nebenwirkungen und man muss sagen, in Österreich haben wir, hat der E. coli eine Ziprofloxazinresistenz von ca. 16% über ganz Österreich. Und, um eine Pylonephritis empirisch mit einem Antibiotikum behandeln zu können, braucht man 90% Empfindlichkeitsraten. Das heißt, das Zipro würde laut der Empfehlung schon wegfallen. Okay, da muss man aber sagen, das ist altersabhängig unterschiedlich und kontextabhängig unterschiedlich. Eine hospitalisierte alte Frau hat höhere Resistenzraten als eine ambulante junge Frau. Okay, also die ambulante junge Frau, da ist der E. coli wahrscheinlich auf Kinolone empfindlich und Kinolone haben eine hohe orale Bierverfügbarkeit. 70% das Zipro, 95% die anderen, also Moxie und Levo. Das könnte man schon geben, wäre durchaus möglich. Nebenwirkungen, mal abgesehen davon. Ich würde auch sagen, man muss sie nicht aufnehmen. Man kann auch folgendes machen, man könnte ihr mal IV, ein Antibiotikum geben, ein Zeftriaxon, einmal 2 Gramm und dann zum Schlucken ein anderes Antibiotikum und heimschicken und in zwei Tagen zur Kontrolle. Ich würde schon noch die Niere mir anschauen, ob ihr Stauungseh in der Niere, ob die Niere aufgequollen ist. Würde ich schon machen. Ultraschall ist schnell draufgehalten. So, also man kann aufnehmen, muss aber nicht. Anderes Beispiel, selbes Beispiel, nur die Frau ist älter und hat Bluthochdruck und Diabetes. Aufnehmen oder nicht aufnehmen? Wer nimmt sie auf? Ja, ich würde sie jetzt mal auch aufnehmen, okay. Ältere Frauen mit Vorerkrankungen, Diabetes ist immer Komplikationsgeschichte und Bluthochdruck hat sie auch noch, der steht jetzt nicht da. Die würde ich aufnehmen und IV behandeln, ja. Ja. Blutkulturen. Wenn du das zu Hause behandelst, eigentlich nicht. Du kannst das machen, aber wenn sie nicht hochfiebert aktuell, du kannst das abnehmen, ja. Im Krankenhaus nimmst du das ab und wenn es dann positiv werden, rufst du es an, sie muss reinkommen. Kann man schon machen, ja. Blutkulturen abnehmen, war die Frage vom Kollegen. Gut. Junge Frau würde sagen, eher kann man ambulant behandeln, würde ich persönlich ambulant behandeln, die Ältere würde ich aufnehmen. Ich bin aber eher ein Mensch, der Leute gern ambulant behandelt und nicht gleich jeden aufnimmt. Okay, das ist halt eher mein Zugang, das muss nicht jeder aufgenommen werden. So, ihr habt vorher schon kurz die Antibiotika eingeblendet, aber was würden wir jetzt dieser 65-jährigen Frau geben für ein Antibiotikum intravenös? Wir wollen E. coli, Klebsiella, Proteus abdecken hauptsächlich. Cephalosporin, sagt die Kollegin. Welches Cephalosporin? Zeftriaxon wird gehen. Zeftriaxon, Drittgeneration Cephalosporin, das einzige, das man nur einmal am Tag geben muss, neben Erdapenem. Dazu kommen wir nachher noch. Ja, okay, kann man machen. Was kann man noch machen? Man könnte auch ein Zweitgeneration Cephalosporin nehmen, ein Zeftriaxon, 1,5 Gramm, dreimal täglich. Man könnte auch ein Zefotaxim geben, statt dem Zeftriaxon, wegen dieser Pseudolitiasis in der Gallenblase. Oder wegen den Clostridien. Man könnte auch ein Levo-IV geben, man kann sich spielen, okay? Ein Pipitaz würde ich jetzt nicht geben. Gut, so. So, unsere hauptsächlichen Erreger, E. coli, Proteus und Klebsiella. Saprophytikus macht es auch, die Honeymoon-Zystitis. Die meisten First-Line-Präparate wirken nicht, bei der Zystitis wirken nicht gegen Saprophytikus. Das ist ein bisschen blöd. Dann Morganella, Enterobacter serratia pseudomonas und Enterokokken werden öfters genannt. Enterokokken werden genannt, laut Herold, in 15 bis 30 Prozent der Fälle von einem, bei der komplizierten Zystitis, beim komplizierten Harnwegsinfekt. Was ist ein komplizierter Harnwegsinfekt? Beim Mann, sagt der Kollege, stimmt nicht mehr, hat man früher gesagt. Mittlerweile ist der Harnwegsinfekt beim Mann nicht mehr per se kompliziert. Der Harnwegsinfekt bei dir, bei uns jungen Männern, wäre nicht mehr kompliziert. Schwangere, mehrere Keime, polimikrobiell, das Hammerproblem, das kannst du erst retrospektiv sagen, wissen wir oft nicht. Diabetes, ja, kann man auch sagen. Im Prinzip sind es Immunsupprimierte, Leute mit Harnkathetern, Schwangere mit Störungen in den ableitenden Harnwegen, sei es Ureterstrikturen, sei es eine Schrumpfniere, sei es ein Prostata, Prostata-Hyperplasie, Prostatakarzinom oder ein Blasenkarzinom. Alles, was irgendwie die Struktur da ändert. Okay, und der Herold sagt, 15 bis 30 Prozent Enterokokken. Glauben wir das? Ich glaube das nicht, weil da werden Leute zusammen geschmissen, die nichts miteinander zu tun haben. Was hat die Schwangere mit Prostata-Hyperplasie-Menschen gemeinsam? Oder mit dem Blasenkarzinom oder mit der Ureterstriktur zu tun? Oder der Katheter-assoziierte Harnwegsinfekt? Das sind lauter unterschiedliche Entitäten, die können gar nicht alle 15 bis 30 Prozent Enterokokken haben. Wo man wirklich höhere Enterokokkenraten hat, ist bei Katheterträgern. Da sind es wahrscheinlich wirklich 15 Prozent aufwärts oder bis zu 20, 30. Bei anderen Entitäten eher nicht. Also muss ich den nicht zwangsläufig mitabdecken. Enterokokken wären zum Beispiel ein Aminopenicillin. Enterokokus Fäkalis oder Fäzium sind die zwei ja. Und beim Fäkalis wirken zumindest die Aminopenicilliner sehr gut. Gut. So, jetzt bin ich in der Enterokokkenschiene abgebogen in meinem Kopf. Wie komme ich da erst wieder raus? So, gut. Therapie der unkomplizierten Zystitis. Die S3-Leitlinie 2017 sagen, das sind die Phosphomycin, Nitroforanthuin, Pifmezillinam, sind unsere First-Line-Präparate. Okay? Ich bin ein großer Freund von Pifmezillinam, Handelsname Selexid. Das ist super gut verträglich. Ist ein Amidinopenicillin, wirkt nur im Gramm-negativen Bereich. Ist sehr gut verträglich, kann man unterschiedlich dosieren. 3 mal 200, 2 mal 400, 3 mal 400. Die Therapietauer ist immer unterschiedlich angegeben. Von 3 bis 5 bis 7 Tagen, je nach Kontext. Okay? Bei einer Frau im Krankenhaus, einer Eltern, gebe ich meistens 3 mal 400 für 5 Tage. Bei einer jungen, gesunden Frau würde ich 3 mal 400 geben für 3 bis 4 Tage. Mit dem, was die Packungsgröße hergibt. Das ist eine, muss man immer auf die Packungsgröße schauen, im niedergelassenen Bereich. Phosphomycin sind wir Infoxiologen nicht so ein Freund davon, das zu geben bei der Zystitis, weil wir dieses Antibiotikum brauchen für lebensbedrohliche Gramm-negative Infektionen. Was ist Phosphomycin überhaupt? Phosphomycin, wir erinnern uns, das Hemdipyravyl-Synthetase, ist auch ein Bestandteil der Zellmembran, muss mit Glucose-6-Phosphat oder Glycerin-3-Phosphat im Kotransport in das Bakterium hinein. Und wie ist dann dort wirksam? Ist sehr gut verträglich eigentlich. Okay? Oral, Monoril, einmal 3 Gramm am Abend. Die Frage ist, reicht das? Es gibt schon Studien, wo das dosiert wird, jeden zweiten Tag am Abend, für 3 mal hintereinander, habe ich auch wieder das Problem, ich muss es öfters geben und den vermeintlichen Vorteil der einmaligen Gabe habe ich nicht mehr. Wenn man Phosphomycin IV gibt, kann man auch eine Pylonephritis behandeln. Oral nicht. Okay? Aber auch nicht first line bei der Pylonephritis. Das ist eher ein Reservepräparat für Gramm-negative Infektionen oder auch für Staphylococcan-Abszesse kann man geben. Ist ja sehr, sehr breit wirksam und super gut verträglich. Wenn man es IV gibt, gibt man das bis zu 3 mal 8 Gramm. Okay? Das ist viel. Und worauf muss man aufpassen, wenn man Phosphomycin IV gibt? Was ist in der Infusionslösung viel drinnen? Natrium. Aufpassen beim Herzinsuffizienten. Sonst kriegt der Ödeme überall. Oder wenn man Sachen mit Natrium, wenn man Phospho hochdosiert gibt, kann es auch zu einer Hypokalämie führen. Weil das Präparat Spätistal über den Enak wird Natrium zurückresorbiert und Kalium ausgeschieden. Okay? Gut. Piff haben wir schon gesagt. Wiederholen wir nachher noch kurz. Nitrofurantoin. Nitrofurantoin gibt es auch verschiedenste Tablettenformulierungen. Retard, nicht retard. 100 Milligramm, 50 Milligramm, 200 Milligramm. Ganz, ganz unterschiedlich. Für die kurze Anwendung ist es sehr gut verträglich. Was für Nebenwirkungen habe ich beim Nitrofurantoin? Wie wirkt es überhaupt? Nitrofurantoin wirkt einmal so. Ich schädige die DNA ähnlich wie das Metronidazol. Aber was habe ich für Nebenwirkungen vom Nitrofurantoin? Lungenfibrose. Wann? Bei der kurzen oder langfristigen Gabe? Langfristigen Gabe. Und wie häufig ist die? Sau selten. Lungenfibrose bei Nitrofurantoin 0,1%. Okay? Bei der langfristigen Prophylaxe. Ich habe früher immer gesagt, das darf man ja nicht geben. Und in England habe ich es mal gesehen und habe der Ärztin gesagt, hey, wie könntest du das machen? Ist ja ganz, ganz schlimm. Dann habe ich mal recherchiert, die Nebenwirkung ist sehr, sehr selten. Könnte man sich überlegen. Ich bin auch kein Freund davon. Aber kann man machen. Dann die akute Pneumonitis. Das ist eine gefürchtete Nebenwirkung. Und es ist neurotoxisch. Burning Feet Syndrom kann es machen. Okay? Gut. Zipro und Tri werden wir kurz noch besprechen nachher. Empfindlichkeitsraten für die empirische Therapie bei der Zystitis, unkomplizierte Zystitis, müssen sein, mehr als 80%. Okay? Dann kann man es geben. Das heißt, man muss nicht nur wissen, welcher Keim macht eine Erkrankung. Habe ich komplizierende Faktoren? Wo kommt das Antibiotikum hin von seiner Konzentration? Sondern ich muss auch nur wissen, wie ist die Resistenzlage bei mir. Okay? Trimetoprim E. coli ist in Österreich in über 25% der Fälle Trimetoprim-resistent. Das heißt, eine Zystitis empirisch mit Trimetoprim zu behandeln, ist ein No-Go. Das hat keinen Sinn. Wird aber oft noch praktiziert. Wenn ihr das irgendwo seht, sagt es bitte dem behandelten Arzt, hey, eigentlich sollte man das nicht mehr machen. Sagen die Empfehlungen, schauen mal auf die Resistenzlage, auf die aktuelle. Ich ermutige sowieso jeden von euch, okay? Wenn ihr irgendwo im Krankenhaus was seht, was ihr irgendwo anders gelernt habt, auf der Uni, sagt es das dort. Sagt es, hey, aber auf der Uni haben sie uns das und das gesagt. Kann man das nicht so und so machen, okay? Man muss sich einbringen aktiv, manchmal um Prozesse zu optimieren. Gut. Die unkomplizierte Pylenephritis, Therapie dauert circa sieben Tage. Eben IV-Initial würde ich es behandeln, vor allem wenn die Patientin oder der Patient nicht schlucken kann, er bricht und in einem sehr schlechten Allgemeinzustand ist. Was man jetzt gibt, Zephoroxim, 3 mal 1,5 Gramm zum Beispiel, Zephtriaxon 1 mal 2 Gramm, Zephotaxim, ist eigentlich wurscht. Okay, man muss halt Resistenz raten können. Ich bin ein großer Zephoroxim-Freund, nur bei uns im Krankenhaus sind die Zephoroxim-Resistenzen halt schon bei um die 20% beim E.coli. Also ganz empirisch passt es bei der Pylenephritis eigentlich nicht mehr. Okay, das muss man Zephotaxim halt dann geben. Das sind Resistenzraten ein bisschen besser. Zipro könnte man geben, aber nur wenn man den Keim kennt, okay, wegen den 16%, die wir Resistenzraten haben. Levofloxazin würde natürlich auch gehen. Levo gibt man halt einmal wegen der besten Halbwertszeit. So, Pif-Mezilinar bei der Pylenephritis. Die nordischen Länder, Norwegen, Dänemark, Schweden, die machen das. Finnland, die empfehlen das. Datenlage nicht gut. Okay, also es ist auch zugelassen laut den österreichischen Leitlinien dafür, für die Pylenephritis. Es ist halt die Datenlage nicht, nicht nach den Leitlinien, nach der Packungsbeilage, nach der Fachinfo ist es zugelassen bei der Pylenephritis. Die Datenlage ist nicht gut genug. Würde ich sagen, man kann es aber bei leichten Fällen auch geben. Okay, also bei der jungen Frau mit einer schwachen Pylenephritis kann man es in ausreichend hoher Dosierung, 3x400, schon probieren. Andere Leitlinien empfehlen das, die Deutschen empfehlen es nicht. In Deutschland gibt es das Präparat noch nicht so lange. Gut, hätten wir das einmal. Empirische Empfindlichkeitsraten von 90% brauchen wir. Gut, das sieht man jetzt nochmal. Ja? Ja? Kommt jetzt. So, Sulfamethoxazol, Cotrimoxazol, Kombinationspräparat mit Trimetoprim. Trimetoprim bringt genau gar nichts. Okay? Ist sogar unnötig. Du brauchst den Sulfamethoxazol-Anteil nicht. Das ist vollkommen unnötig, weil das Trimetoprim allein ist genauso gut oder genauso schlecht. Okay? Sind die Daten von 2016. Der Auresbrich kommt immer ein Jahr später raus. Der aktuelle lässt noch auf sich warten. Im Kopf der ist schon fertig, bis heute ist er aber nicht. Pif-Mezinam sieht man sehr, sehr gute Datenlage. Zwei Drittgeneration Zephalospirine auch gut. Übergesamt Österreich. Müsste man eigentlich nur splitten nach männlich. Weiblich, nach Ambulant, stationär und nach Alter. Aber über Gesamtösterreich ist es so. Nitroforantoin. Super Daten. Kann man super geben bei der Zystitis. Nicht bei der Pylnephritis. Kommt nicht genug an in der Niere. Im Nierengewebe. Also im Pyelon. Und das Phosphomycin sowieso auch zum Schlucken nicht bei der Pylnephritis geeignet. Trimetoprim noch dazu. Review oder im British Medical Journal 2012 hat gezeigt, dass überhaupt ältere Patienten, die über 65 sind und gleichzeitig ein ACE-Hämmer oder ein Satan nehmen und Trimetoprim ein erhöhtes Risiko für eine Hyperkaliämie haben. Warum? Weil Trimetoprim, wie die kaliumsparenden Antibiotika, spätistal den Enag blockieren und deshalb weniger Kalium ausgeschieden werden kann. Also ihr merkt schon, ich bin kein Trimetoprim-Freund. Wenn ich den Keim kenne, kann man es schon geben. Ist ja gut verträglich dann auch. Aber wenn ich ihn nicht kenne, würde ich es nicht geben. Pro-Pif-Mezilinarm, sage ich nur. So, da haben wir noch ein paar weitere Resistenzen. Österreich ist eigentlich ein Land der Seligen, was alles betrifft. Wir haben kaum Probleme hier, kaum Resistenzen. Wir haben nur ca. 8% MRSA. Wir haben kaum Penicillin-resistente Pneumokokken. Pneumokokken, die bilden ja keine Beta-Laktamasen, die ändern ja Penicillin-bindes Protein. Da haben wir kaum Resistenzen. Rumänien z.B. hat ca. 30-50%. Wir haben auch kaum Makrolid- und Tetanzyklin-Resistenzen. Unsere Pneumokokken sind lieb. Und der Pyogenes ist noch lieber. Da gibt es überhaupt keine Penicillin-Resistenzen. Und die Makrolid-Resistenzen sind geringer. Pyogenes ist der Liebekeim. Den kann man super easy behandeln. Auch die Pneumokokken bei uns. Haemophilus nimmt ein bisschen zu, die Aminopenicillin-Resistenz. Mittlerweile 25% schon. Beta-Laktamasen bilden. Und das, Campylobacter, sind 80% der Fälle, Ziprofloxacin-resistent. Es hat keinen Sinn, ein Zipro hier zu geben. Was mache ich bei einer Campylobacter Enteritis? Als Therapie. Erstens mal abwarten. Junger, gesunder Mensch, gar nichts. Schmerzmittel geben vielleicht. Das tut extrem weh. Tenesmen können ein bisschen blutig auch sein. Bei blutig könnte man was, würde ich sagen, okay, vielleicht gibt man was. Beim alten Menschen, der multimorbid ist, kann man schon antibiotisch was machen. Ein Makrolid geben zum Beispiel. Azithromycin-oral, 500 mg. An drei aufeinanderfolgenden Tagen. Gut. So. Man kann, da gibt es eine Studie, gibt es auch mehrere davon, aber ich zeige die. Die haben gemacht, Ibuprofen versus Phosphormycin bei einer Zystitis, haben sie verglichen, die Effektivität. Und man sieht, okay, immer wie viele Leute an einem gewissen Tag keine Symptome mehr hatten, wie viel Prozent. Okay, am Tag 1 in der Phosphorgruppe, oder sagen wir Tag 2, haben 20% keine Symptome gehabt, in der Ibuprofengruppe nur 13%. Und das zieht sich durch, bis zum Tag 7 sind 82% symptomfrei oder reduziert in der Phosphorgruppe und 70% in der Ibuprofengruppe. Ist natürlich ein signifikanter Unterschied, das ist ganz klar. Aber das zeigt uns, dass man bei vielen Leuten auch mit dem Ibuprofen auskommen würde. Weil wenn man sich dann anschaut, die Rezidivraten waren in beiden ungefähr gleich und die mittlere Symptomdauer wurde durch das Antibiotikum um einen Tag reduziert. Okay. Ist okay, wenn ich schnell gesund werden will, kann ich es nehmen, aber ich kann genauso gut sagen, wieso muss ich ein Antibiotikum nehmen, das auf mein Mikrobiom einwirkt, wo ich potenziell Resistenzen damit fördere. Wieso kann ich davon Ibuprofen nehmen? Bei der jungen, gesunden Frau mit leichter Ausprägung. Pylenephritis muss man schon was machen, ganz klar. Schwere Ausprägung muss man auch was machen. Schwangere muss man auch therapieren. Ganz klar, okay. Aber bei der jungen Frau mit wenig Problemen kann man sich das überlegen. Das waren junge, gesunde Frauen natürlich. Das waren keine alten Kranken. So, diese Dame hier, die Frau Huttener hat folgendes gemacht. Die hat verglichen, 3 mal 100 Milligramm Nitroforantoin versus 1 mal 3 Gramm Phospho. Die hat einen sehr harten Endpunkt gewählt, nämlich keine Beschwerden mehr am Tag 28. Complete Resolution of Symptoms. Nicht nur Verbesserung, Complete Resolution. Kein Zwicki-Zwacki mehr am Tag 28. Und was hat sie gezeigt? Outpatients, junge Frauen natürlich, 500. Randomized Control Trial. Was gut ist mit 500 Leuten. Die Infektiologie hat nicht so große Trials. Wir sind nicht wie die kardiovaskulären Studien. Kardiovaskuläre Studien haben ja meistens mehrere Tausend. Den Vogel abschießen, abgeschossen, hat das Fourier-Trial zu Evolokumab, dem PCS-K9-Inhibitor, mit 27.000 Leuten. Das musst du einmal zusammenbringen. Das ist ein gutes Präparat, nur der wird halt alles signifikant. So, die hat das gemacht. Was hat sich gezeigt? Das Clinical Response ist in der Phosphomycin-Gruppe 58%, Nitro 70%. Wenn man hergeht und sich nur ein E. coli anschaut, sieht man knapp 80 versus 50. Das ist eine Number-Needy-to-Treat von 3 bis 4. Also Nitro ist definitiv besser als Phosphomycin. Wenn man schon was gibt, dann lieber Nitro oder Pif-Metzlinam und nicht unbedingt Phosphor. Aus meiner Perspektive. Ist aber guideline-konform Phosphor, kann man geben. So, Pif-Metzlinam könnte man auch bei ESBL geben. Gut, jetzt wiederholen wir kurz die Kinolone, bevor wir zum nächsten Fall kommen. Wir werden jetzt immer auch die einzelnen Antibiotika-Klassen kurz uns anschauen und wiederholen. Die Message soll es hier nicht sein. Harnwegsinfekte, Kinolone first. Das ist nicht die Message, okay? Aber sie passen hier thematisch jetzt einfach rein. Kinolone sollte man eher sparsam einsetzen. Okay, sie fördern auch die Verbreitung von ESBL, weil Resistenz-Gene, ein Keim hat meistens die Resistenzen auf demselben Gen oder Plasmid sitzen und gibt es dann meistens weiter an andere Bakterien. Das heißt, mit einem Kinolone kann man auch ESBL verbreiten, weil es auf demselben Plasmid drauf sitzen kann. Und haben viele potenzielle Nebenwirkungen. Da bringe ich nachher noch was dazu. Aber sie sind auch gute, sinnvolle Präparate. Man muss nur wissen, wann und wo und wie man sie einsetzt. So, wir haben vier Klassen von Kinolonen. Prinzipiell muss man sagen, die hemmen die Gyrase oder die Topoisomerase 2 und 4. Die eine, einmal ist die Topoisomerase zuständig für ein negatives Supercoiling und das wird gehemmt. Beim anderen Mal ist die Topoisomerase dafür zuständig, dass ein synthetisierter DNA-Strang, ein replizierter, dass die sich voneinander trennen. Wenn man das hemmt, stirbt das Bakterium. Bakterizid, konzentrationsabhängig Bakterizid. Einmal gescheit dosieren, einmal gescheit reinfahren. So, die sind wirksam im Gramm-negativen Bereich von der ersten Gruppe, nehmen damit jeder Gruppe ein bisschen mehr den Gramm-positiven Bereich hinzu, beziehungsweise atypische Keime mit dem Levo und Anerobe mit dem Moxi. Norfloxazin, Prulifloxazin, primär Gramm-negativ, sind eigentlich nur sinnvoll bei Harnwegsinfekten. Habe ich noch nie aufgeschrieben, wenn, dann gebe ich ein Zipro. So, Zipro, auch eigentlich primär Gramm-negativ und es wirkt auch gegen den Pseudomonas, das P für den Pseudomonas steckt ja schon drinnen. Verteilungsvolumen von diesen Kinolonen ist ca. 1,5 bis 2 Liter. Die werden renal eliminiert, außer Moxifloxazin. Moxi geht nicht mehr in die Blase, Moxi wird nicht mehr renal eliminiert. Also Klasse 1 bis 3 sind im Harnweg, in den Harnwegen wirksam, Klasse 4 nicht mehr. So, Levoxazin im Vergleich zu Zipro ist noch immer saugut im Gramm-negativen Bereich. Nimmt mir dazu den Gramm-positiven Streptokokken, Staphylokokken, Enterokokken und die atypischen Keime. Chlamydien zum Beispiel wirkt auch super gegen Legionellen und Mykoplasmen auch. Legionellen, ok, das L für Legionellen steckt im Levofloxazin schon drin. Das Levo ist Leiband, es wirkt gegen Legionellen, es wirkt in der Lunge, es wirkt im Lulu. Es wirkt überall. Levo ist das beste Kinolon, aus meiner Perspektive. Das Moxifloxazin wirkt wie das Levo, hat gleichzeitig aber auch die Anaerobia mit drinnen. Das heißt, wenn ich eine Mischinfektion habe, zum Beispiel eine Aspirationspneumonie, da will ich auch die Anaerobia mit abdecken, da könnte ich das machen. Oder bei intraabdominalen Infekten könnte ich auch das Moxie geben. Halbwertszeiten 4 bis 6 Stunden für die obere drei Gruppen, 13 Stunden fürs Moxie. Moxie gibt man einmal, einmal 400, ja nicht mehr, wegen einem Long QT. Levofloxazin gibt man entweder zweimal 500 oder einmal 500 oder einmal 750. Unterschiedliche Dosierungsschemata in der Abhängigkeit von der Infektion, die man behandeln will. Bei Tuberkulose zum Beispiel würde man zweimal 500 Levo geben, bei den Legionellen gibt man einmal 750. Muss man die Nierenfunktion anpassen, die oberen. Sie haben eine Frage, wie man das macht mit Levofloxazin. Bin ich eher der Freund davon, dass man sagt, wenn man das gibt, mit Abner-GFR von 30 würde ich anpassen. Da gibt es verschiedene Empfehlungen, man kann dann machen, okay, 750 am Tag 1 und dann jeden zweiten Tag 750. Manche sagen jeden zweiten Tag 500 Milligramm dann. Ist unterschiedlich. Gut. So. Neben wir, machen wir zuerst, ja machen wir die Indikationen zuerst. Indikationen ganz, ganz breit. Am wichtigsten für mich sicherlich die Legionellenpneumonie mit dem Levofloxazin. Eine Pylnephritis kann man behandeln, aber nur wenn ich den Keim kenne, wegen der Resistenzen, haben wir vorher schon genannt. Intraabdominelle Infekte, Typhus abdominalis kann man Ziprofloxazin geben. Sofern er nicht aus Südostasien kommt, da habe ich oft Resistenzen dagegen. Ja. Man kann auch, der Kollege sagt, Acidromycin ist auch eine Option bei Legionellen, ist sie, ja. Man kann Acidromycin auch geben, IV, wenn, weil du eine hohe Konstellation haben willst. Die Frage ist halt nur, kann man geben, ja. Nur ist es halt bakteriostatisch und nicht zieht. Und was jetzt wirklich besser ist, sei dahingestellt, ich kenne schon eine Studie, die eher zeigt, dass das Levo besser ist als das Acidromycin. Okay, es wirken beide. Kannst da aussuchen, was du gibst. Okay, aber ich bin eher der Freund vom Levo hier in dem Fall. Weil Legionellenpneumonien sind dann schon was Gescheites. Die nehmen die Leute schon richtig her. Also würde ich schon mit was Bakterizidem reinfahren. Gut, Meningokokkenprophylaxe. Welches von den Kinolonen nimmt man zur Meningokokkenprophylaxe? Ciprofloxazin. Welche Dosierung? Ja, einmal 750, einmal 500, je nachdem wie man will. Man kann auch Arifampicin nehmen, zweimal 600. Oder man kann auch Zeftriaxon geben. Okay, IM250. Würde auch gehen bei der Meningokokkenprophylaxe. Die Frage ist, wer braucht die Meningokokkenprophylaxe? Wie wird das betrieben? Die Meningokokkenprophylaxe wird meistens so betrieben. Irgendwer bringt die Patientin oder den Patienten. Da heißt es nur, Meningitisverdacht. Und am nächsten Tag jeder, der an dem Zimmer nur vorbeigegangen ist, der nur dort war auf der Station, kurz was abliefern, hat die Paranoia und will die Meningokokkenprophylaxe haben. Die Rettungsfahrer kommen dort, kommen eingepackt wie bei Ebola, wenn sie Meningokokkenmenschen bringen oft. Ist eh okay. Selbstschutz ist ja wichtig. Aber die Ziproprophylaxe brauchen nur Leute mit engem Kontakt. Das heißt, im Flugzeug nebeneinander sitzen für vier, sechs, acht Stunden. Sitznachbarn in der Schule, Bürokollegen unmittelbar daneben, die Partner zu Hause, wenn man im selben Bett schläft von mir aus, beziehungsweise medizinisches Personal, das mit Respirationssekreten in Kontakt gekommen ist. Okay? Sonst nicht. Wenn man reingeht, einen Status macht, mit der Patientin spricht, und dabei einen Mundschutz oben hat, auch wenn man Nackensteifigkeit, verschiedene Sachen mit ihr testet, braucht man keine Ziproprophylaxe. Okay? Mut, die Prophylaxe nicht zu nehmen. Naja, man schießt das Mikrobiom ab ein bisschen damit. Natürlich kann man sagen, eine Tablette Zipro macht nichts. Eh. Aber das kann man immer sagen. Und wofür gibt es Empfehlungen, wofür gibt es logisch ableitbare Sachen, wenn sie eh wieder keiner dran halten will, weil er auf Nummer sicher gehen will. Absicherungsmedizin. Ich bin kein Freund von Absicherungsmedizin. Gut. Osteomyelitis, Diabetische, Diabetische Fuß kann man es geben, Haut- und Weichteinfektionen, wenn Gram-Negative dabei sind, Gram-Negative-Bloodstream-Infektion. Viele, viele Indikationen. Nicht First-Line, okay? Kinalones sind nie First-Line. Fast nie, sagen wir so. Fast nie. Bei der Sofagustvoritzenblutung gibt man es auch, beziehungsweise bei der spontan bakteriellen Peritonitis. Bei Leberzirotikern kann man auch ein Zipro geben, oder man kann auch ein Cephalosporin, gebe ich lieber, der dritten Generation geben. Gut, Nebenwirkungen. Nebenwirkungen haben wir die Cs der Fluorquinolone. Alle Nebenwirkungen, fast alle, fangen mit einem C an. Wir haben einerseits die Chondrotoxizität, die kann man ein bisschen in Frage stellen, weil die zystische Fibrose-Kinder haben das Präparat gekommen, keine Knorpelschäden davon. Aber zur Chondrotoxizität passt gut. Die Tendinitis, die Sehnenentzündung mit Sehnenruptur. Und das vor allem in Kombination mit Glucocorticoiden, in Kombination mit Corticosteroids. Noch mehr Cs. Und jetzt neu, war es vor kurzem ein roter Handbrief draußen, dass das Risiko für Ortenaneurysmen und Orten-Dissektion steigt, bei Patienten, die ein Kinolon bekommen, im Vergleich zu Patienten, die keines bekommen oder anderes Antibiotikum. Risikopatienten sind natürlich Leute, die schon Aneurysma haben, die ein Maffons-Syndrom haben, die ein Elastanlos-Syndrom haben. Aber wann sieht man das schon? Und dann steht noch drinnen, Patienten, die alt sind, die Bluthochdruck haben und die Atherosklerose haben. Also jeder Patient im Krankenhaus quasi. So soll es jetzt keinen Patienten mehr geben. Ich sehe das ein bisschen kritisch, man muss aufpassen, man muss es zurückhaltend verwenden, aber wenn man es braucht, braucht man es. Sie sind kardiotoxisch, machen den Long QT, eben weil es den Herdkanal blockieren, allen voran das Moxifloxazin. Dann sind sie, GI-Störungen machen sie, sie machen Clostridium difficile-assoziierte Diarrhoe, C-Dart oder Infection, CDI. Das können aber alle Antibiotika machen, kommen wir heute noch dazu. Aber die Kinolone gehören da vorne dazu. Dann haben wir Zyp-Interaktionen, Zyp-1-A2, aber es ist nur Zyp- und Xenoxazin und da gibt es nicht viele Präparate. Koffein, Clotzabin, Erlothinib, Dacabazin, viele, viele Sachen, die die meisten gar nicht sehen oder verwenden. Es ist ein Chelatbildner, ist es. Ein Chelatbildner, vor allem eben mit Calcium-Präparaten soll man es nicht einnehmen, mit divalenten Metallen, weil dann die Resorption gestört ist. Also wenn ich gleichzeitig jemanden Maxi-Calz nimmt für seine Osteoporose und ein Zyp- oder Leber muss er schlucken, dann würde ich das Maxi-Calz pausieren. Das haben wir vergessen, ZNS-Störungen, das macht nämlich alles. Confusion und Convulsion kann es machen, und vor allem in Kombination mit NSARs, NSARs in Kombination with Cox-Inhibitors. Okay, haben wir noch mehr Cs drinnen. Und das F für die Phototoxizität steckt ja auch schon drinnen. Und immer an dem Punkt, wenn ich den Vortrag halte, ich erzähle eh mal das Gleiche überall, frage ich, welche Antibiotika sind noch phototoxisch? Tetrazykline und Sulfonamide, Cotrimoxazol, ja. Und welches Antimykotikum ist phototoxisch? Vorikonazol, das V steckt da drin für die Phototoxizität. Okay, Vorikonazol, genau. Amphoterezin-B ist nicht phototoxisch. Ampho-B macht, aber ist aber nephrotoxisch. Gut. So, da sieht man noch Pylnephritis. Vergleich, 5 bis 7 Tage versus 10 bis 14 Tage. Clinical Failure. Man sieht, die kurze und die lange Therapie ist ident. Man braucht eine Pylnephritis, keine 14 Tage mehr behandeln. Wenn sie eine unkomplizierte ist, wenn ihr einen Abszess irgendwo habt, ist was anderes, okay? Im optimalen Fall. 5 bis 7 Tage sind genug. Short is better. Gut. Wir sind beim nächsten Thema angelangt. Nächster Fall. 39-jähriger Mann, COPD 2, Risikogruppe A, das heißt, er exerzibiert sehr selten. Und hat kaum Beschwerden. Plötzlich einsetzendes Fieber bis 39 Grad. Er hat Husten, Dyspne, ist reduziert vom Allgemeinzustand, keinen rezenten Auslandsaufenthalt. Er hat im letzten Krankenhaus, war er vor zwei Jahren dort, wegen der Knie-Tab. Er rasselt links basal, er gimmt nicht, Sättigung ist bei 93%. Er hat einen normalen Druck für sein Alter. Leukos 18, CRP 280, Krea ist normal, Natrium normal und CK ist normwertig. Wir sind ein Infiltrat, im linken Unterlappen. Was hat er, was machen wir? Ein Harnstreifen. Ein Legionellen, schnellstest will ein Kollege machen. Also zuerst, die Diagnose ist ganz klar, Lobbyapneumonie, okay, das ist easy. Ja, Legionellen könnte man machen, aber hast du da einen Hinweis auf Legionellen? Das kostet sehr wohl was, das kostet 40 Euro, so ein Test. Naja, wenn du es bei jedem mit einer Pneumonie, einen Legionellen Test machst, du nimmst auf, in einem Krankenhaus, sagen wir, du nimmst am Tag auf deiner Station fünf bis acht Patienten auf und viel davon mit Pneumonieverdacht, sagen wir, die Hälfte, wenn es bei jedem immer zwei Tests macht, einen Legionellen und einem Pneumokokken-Test sind jetzt 80 Euro pro Patient zusätzlich. Das summiert sich dann schon. Aber kann man machen. Ich bin auch ein Freund vom Legionellen Test, aber welche klinischen Hinweise oder welche anamnestischen Hinweise gibt es für Legionellen? Sehr gut, der Kollege spricht einen Score an, den man bei der Pneumonie machen kann. Den machen wir gleich, aber jetzt sind wir noch im Legionellen Bereich. Was für klinische Hinweise oder was für anamnestische gibt es für eine Legionellenpneumonie? Hotelaufenthalt, Whirlpool, Urlaub. Okay. Und im Labor steht eh da, nur ist es normal. Erhöhte CK, Hyponatremie und Niereninsuffizienz. Okay. Sind Hinweise für eine Legionellenpneumonie. Letztens habe ich Dienst gehabt, das ist schon ein bisschen länger her und gehe halt auf einer Station zur Visite und dann sehe ich, eine Patientin liegt halt da und ist schon zweieinhalb Tage da, hat eine Pneumonie, ist mit Zephoroxin behandelt worden. Super Pneumonie-Medikament. Kann man machen, mache ich gerne. Habe gesehen, mit den Leukos ist sie eigentlich stabil geblieben, ist CRP angestiegen. Da haben wir gedacht, na gut, CRP kann hinten nachhinken, aber ging es klinisch nicht so gut. Dann schauen wir den Befunden an und seht, die CK ist massiv gestiegen von normwertig auf knapp 1000 und sie war Hyponatrem, hat aber kein Diuretikum bekommen. Okay. Haben wir gedacht, das könnten Legionellen sein. Die Niere ist auch akut schlechter geworden. Das könnten Legionellen sein. Ich mache den Test und es waren tatsächlich Legionellen. Okay. Haben mich gefreut, auf Levofloxacin umgestellt, bei der GFR von 30, jeden zweiten Tag 750 Milligramm. Das ist ganz cool. Okay. Natürlich kann man bei jedem einen Legionellentest machen, aber cooler ist, wenn man draufkommt, aufhand von klinischen Parametern. Gut. So, jetzt sehen wir aber bei den Patienten, nehmen wir ihn auf oder nicht und wie kann man das quantifizieren? Der Kollege hat einen Score genannt. Wie heißt dieser Score für die Pneumonie? Curb 65, CRB 65. Wer ist denn da eigentlich? Wer ist denn der Professor da eigentlich? Wenn wir gleich weglöschen. Körb 65 kommt nachher eh noch auf einer Folie. Ist U, ist auch manchmal dabei, aber das braucht man nicht. Oder ist halt mühsam, weil man nicht alles hat. So, die Parameter sind folgende. Was heißt C? Steht für Confusion, R für Respiratory Rate, B für Blood Pressure und Alter 65. So, und was für Respiratory Rate ist auffällig und was für ein Blood Pressure? Na, es ist immer ein Vielfaches von 30. Es ist Respiratory Rate größer 30, Blood Pressure kleiner 90 und 65 Alter. Man kann sich die 3 als Grenze merken. Was du gemacht hast, war der Quick Sofa, beim Quick Sofa Score, es ist 22, über 22 Atemfrequenz, kleiner 100 Systole und Altered Mental State, also die Confusion, die haben auch die Confusion drinnen für C. Okay? Ab einem Punkt sollte man sich eine Hospitalisierung überlegen, ab zwei definitiv, kommt auf den Patienten. Wenn es ein 65er Patient ist, der eigentlich gut beisammen ist, sonst muss man nicht aufnehmen, zwangsläufig, okay? Aber wenn er jetzt, der Blood Pressure niedrig ist sowieso, wenn die Respiratory Rate hoch ist, muss man auch aufnehmen. Die S3-Leitlinien zur Pneumonie sagen Folgendes, die differenzieren die Pneumonie in leicht, mittel und schwer. Eine leichte Pneumonie ist ein Patient, der ein CURB 65 von 0 hat und eine Sauerstoffsättigung von größer 90. Leichte Pneumonie. Die schwere Pneumonie ist septischer Schock, Sepsis, septischer Schock und respiratorische Insuffizienz und eine dekompensierte Grunderkrankung. Was heißt das jetzt? Aber alles dazwischen ist übrigens ein mittlerer, nicht schwer, nicht leichtes Mittel. So, aber was heißt das mit der dekompensierten Grunderkrankung? Wenn ich eine chronische Niereninsuffizienz habe mit GFR 65 und ich habe eine Pneumonie und deswegen trinke ich weniger und habe plötzlich eine GFR von 33, habe ich ein akutes Nierenversagen. Ist das gleich eine schwere Pneumonie? Kann man sich überlegen. Kritisch überlegen und hinterfragen. Wenn jemand im Zuge seiner Pneumonie eine Herzinsuffizienzdekompensation bekommt und die Beine dem ein bisschen zunehmen, ist das eine schwere Pneumonie? Kommt darauf an. Muss man sich überlegen. Okay, also die Definition ist nicht ganz leicht, finde ich. Okay, nochmal zum Lungenröntgen. Wie viele Pneumonien sieht man im initialen Lungenröntgen nicht? Ratet es mal. Der Kollege sagt die Hälfte. Das ist ein bisschen viel. Aber gut, raten. Man muss ja raten. Nein, bis zu 20% der Pneumonien sieht man im initialen Lungenröntgen nicht. Okay, das ist halt so. Also wenn man einen hochreitigen Verdacht hat, die Patientin atmet schwer, hat eine hohe Respiratory Rate, sättigt nicht gut und die Harnwege sind bland und man hört in der Lunge irgendwas und es schaut klinisch nach Lungenentzündung aus und das Lungenröntgen ist bland, kann es trotzdem eine sein. Okay, man sieht es nicht immer. So, und muss man bei einem Patienten, Patientin mit Pneumonie eine Verlaufskontrolle machen? Wenn ja, wann? Und wenn nein, wann nicht? Oder wann ja? Wann ist es sinnvoll, eine Verlaufskontrolle zu machen? Immunsupprimierte? Ja, okay. Aber wann machst du das? Im Sinne von, du fängst an am Tag 1 mit dem Antibiotikum. Wann machst du die Röntgenkontrolle? Zeitlich? Eine Woche, sagt die Kollegin. Andere Angebote? Nach Antibiotika Beginn. Okay, andere Angebote? Monat, sagt der Kollege. Also, frühestens, sagen die Guidelines, zwei Wochen nach Ende der Antibiotikatherapie. Nach Ende, wenn man überhaupt eine braucht. Das kann bis zu drei Monate dauern, bis das Infiltrat vollständig zurückgebildet ist. Wenn ich am Tag 1 beginne mit der Antibiotikatherapie und am Tag 5 Röntgen mache, was sagt mir das? Wenn der Patient klinisch anspricht, keine Fieber mehr hat, essen kann, im Bett aufrecht sitzt, es geht ihm gut und Entzündungsteigen sind rückläufig, wofür brauche ich dann ein Kontrollröntgen? Für genau gar nichts. Außer bei Leuten mit Risikofaktoren, wenn es ein starker Raucher war, weil ich vielleicht ausschließen will, ob der hinter dem Infiltrat ein Tumor sitzen hat. Okay? Oder bei einem schweren COPD-Patienten kann man es von mir aus überlegen, bei Leuten, die halt gewisse Risikofaktoren für Karzinome haben in der Lunge. Aber sonst brauche ich kein Kontrollröntgen, wenn der klinisch anspricht. Wenn er natürlich schlechter wird, das Antibiotikum nicht greift oder der fiebert weiter nach dem vierten Tag, die Entzündungszeichen steigen, mache ich vermöse Lungenröntgen. Vielleicht hat er mittlerweile ein Pleura-MPM, dann brauche ich aber eher ein CT, um mir das anzuschauen. Aber einfach so, nur weil die Therapie vorbei ist, nur vom Heimgehen schnell ins Lungenröntgen schicken, muss man nicht standardmäßig. Wird aber gelegentlich so praktiziert. Okay, wir haben hier eine Pneumonie, eine Lobeapneumonie, haben wir schon gesagt. Was sind denn die Erreger der Lobeapneumonie? Haemophilus, ja. Ah, Moraxella. Moraxella macht eher obere Atemwegsgeschichten, macht Sinusitis, Otitis, Bronchitis, macht aber nicht wirklich eine Pneumonie, würde ich sagen. Selten sicher, aber nicht standardmäßig. Was ist der Hauptpneumonie-Keim? Pneumokokken heißen ja schon so. Man muss sagen, es heißt immer, man kann in 50% der Fälle den Erreger nachweisen. 50 bis 75, mittlerweile sind es weniger. Pneumokokken machen die Hälfte der Pneumonien, 25 bis 50%. Haemophilus 15 bis 25. Und dann kommen halt die anderen. Okay, dann kommen halt Legionellen in 5%. Dann gibt es halt die Mykoplasmen, die es machen können. Staphylokokken können es machen. Grammnegative Enterobakterien können es machen. Jeder, viele, viele Keime können es machen. Aber die CUP, die Community Acquired Pneumonia, machen hauptsächlich Pneumokokken, Haemophilus und von mir aus die Mykoplasmen bei den Jungen. Und oft wissen wir gar nicht, welcher Keime es ist. Das ist ein Pneumokokken-Schnelltest. Im Harn ist auch nicht so gut, finde ich. Wir weisen das sehr, sehr selten, die Pneumokokken nach. So, wie therapieren wir den Ganzen? Na ja, nur kurz zu den Mykoplasmen. Mykoplasmen-Pneumonien sind ja junge Patienten unter 40, da ist die Inzidenz höher, 10, 20% und manche Literaturangaben sagen, die Mykoplasmen-Pneumonie braucht man gar nicht behandeln, die wird von alleine wieder gut. Die kann man eh nicht gescheit nachweisen. Der Antikörpertest ist für nichts und der PCE aus dem Sekret macht man ja nicht immer. Gut. Wie therapieren wir das Ganze jetzt? Wie therapiert man eine Community-Acquired Pneumonia? Amoxicillin und? Amoxicillin-Klavulansäure. Augmentin, das Anti-Denk-Präparat. Geht fast immer. Okay? Fällt dann nichts ein, gibt man Augmentin. Das geht fast immer. Gut. Wie würde man das dosieren? Zum Schlucken 1 Gramm 3 Mal täglich, IV 3 Mal 2,2 Gramm. Gut. Augmentin kann man geben. Augmentin macht alles hin. Ganz so stimmt Schneider, aber kann man machen, ja? Was noch? Acetromycin, ja. Man muss sagen, Acetromycin ist von den Makroliden das, was am stärksten gegen Hämophilus wirkt. Das stimmt. Hat eine schlechte orale Bierverfügbarkeit. Bei dir als jungen, gesunden Menschen könnte man es probieren. Dreimal an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Tablette schlucken, könnte man machen, okay? Würde ich aber lieber Augmentin geben oder ein Doxy, weil es besser resorbiert wird, okay? Acetromycin IV, keine Frage. Können wir sofort machen. Oral kommt es auf deinen Zustand an. Haben wir vorher gemacht, gesagt kurz, penicillinresistente Pneumokokken in Österreich, kleiner 1%. Wenn der Patient jetzt aus Rumänien kommt und dort bis vor kurzem war, ist halt da jemanden besucht, man darf Urlaub, würde ich kein, wahrscheinlich kein Aminopenicillin oder kein Penicillinderivat geben, sondern Alevo. Würde ich nicht weglassen, weil der Hämophilus ist mittlerweile 25% der Fällner-Petalactamase-Bildner und du weißt dann, ob es nicht doch irgendein Gramm-Negativer ist, der Petalactamase-Bildner ist. Oder ob es nicht das darf ist, die sind auch Petalactamase-Bildner und oder modifizieren halt die Penicillinbindesproteine, dann hilft es erwähnt. Also ihr würdet die Calavulant oder der Zula dabei lassen. Aber gute Frage, guter Punkt. Gut. Kürzen wir das ab. Da haben wir schon die Erreger. Pseudomonas ist natürlich auch immer wieder ein Punkt. Pseudomonas vor allem bei Patienten, die Apex-Sonde haben, die können Pseudomonas-Infektionen haben oder bei schwerer COPD, die oft exerzibiert, oder bei Bronchiektasin. Pseudomonas gefährdet sind die. Wie wir das therapieren, werden wir uns nachher noch anschauen. Coxiella und Bruceller, sau selten. Würde ich gerne mal sehen, eine Coxiella-Pneumonie oder Brucellose. Freue mich schon drauf. Die Freude des Infektiologen sind multiresistente, ausgerissene Keime. Pneumokok lockt ja keinen Infektiologen hinter irgendwas hervor. Es muss schon geiler, multiresistenter Keim sein. Dann freue ich mich. Schlecht für den Patienten, spannend für mich. Gut. Wir teilen es ein nach Curb 65. Die Erreger haben wir schon genannt. Bei hochhospitalisierten Patienten geben wir initial eine IV-Therapie und dann versucht man, wenn es geht, zu oralisieren. Sequenzielle Therapie heißt das. Das heißt, zuerst IV und nach zwei, drei Tagen evaluiert man, ob es gut geht, dann kann man oralisieren. Es muss nicht dieselbe Klasse sein. Oder selbe Medikamenten. Ich kann auch wechseln. Ich könnte ein Zephoroxim IV geben. Das ist zum Schlucken für nichts. Also müsst ihr umsteigen auf einer Moxiglav. Gut. Dauer 5 bis 7 Tage ausreichend meistens. Keine 10 Tage, keine 14 Tage. Bei einer CUP 5 bis 7 Tage ausreichend. Es gibt auch Daten, die sagen, dass man 3 Tage machen kann. Das aber eher mit dem Acidromycin. Das hat ja ca. 40 bis 70 Stunden Halbwertszeit. Und von dem her habe ich eigentlich zwar nur 3 Tage therapiert, aber eigentlich eine längere Wirkdauer. Gut. Bei schwerer Pneumonie gibt man auch noch ein Makrolid zusätzlich für 3 Tage. Acidromycin zusätzlich, IV, dreimal 500 Milligramm. Also jeden Tag 500. Einmal 500. Gut. Was gibt man jetzt? Man gibt entweder ambulant einen Moxiglav. Dreimal 1 Gramm würde ich geben für 5 bis 7 Tage. Man gibt ein Toxy. Ich stehe aufs Toxyzyklin. Ein super Präparat. Gibt man entweder einmal 200 oder zweimal 100 Milligramm. Ich habe das selbst genommen als Malaria-Prophylaxe. Ich finde, es schmeckt ein bisschen bitter, wenn man die Tabletten teilt. Aber es ist sehr gut verträglich. Was macht Toxyzyklin? Was macht Toxyzyklin für Nebenwirkungen? Also was ist das überhaupt? Das ist ein bakteriostatisches Antibiotikum. Hemmt die Proteinsynthese. Ist breit wirksam. Wirkt gegen atypische, wirkt gegen positive, wirkt gegen interzelluläre Keime. Super gegen Haemophilus, super gegen Pneumokokken, super gegen Chlamydien, super gegen Mykoplasmen, gegen Rickettsien wirkt. Es wirkt gegen ausgerüstene Keime. Es ist ein super tolles Präparat. Infektiologen lieben es. Ich zumindest. Was macht es für Nebenwirkungen? Toxyzyklin. Zack, zack, zack. Was macht Toxy für Nebenwirkungen? Phototoxisch, ja. Chelatbildner, ja. Lokale Reizung, genau, ja. Kontraindiziert bei Kindern, weil es im Knochen ablagern kann. Cholestatische Hepatitis kann es machen. Es kann Zytopenin machen, wie fast jedes Antibiotikum. Also breites, potenzielles Nebenwirkungsspektrum, aber eigentlich sehr gut verträglich. Ich würde es halt nicht verwenden zum Sonnenbaden. Ich habe tatsächlich an einem Tag nicht aufgepasst und war gleich rot im Gesicht. Gut, Levo könnte man auch geben, ambulant. Oder Acidro kann man sich überlegen, wenn man es will. Okay? So, Sonderfall Aspirationspneumonie. Aspirationspneumonie muss ich immer die Anaerobe mit abdecken. Als die wären, zum Beispiel Prevotella, Bakteroides, Fusobakterien, Porphyromonas, Pepto-Streptococcus, gibt es unendlich viele. Okay? Immer Anaerobe mit abdecken. Also Aspirationspneumonie ist gleich Amoxiclav oder ist gleich Sultamizillin, das ist Ampicillin, Sulbagdam. Okay? Oder man kombiniert von mir irgendwas mit Klindar. Oder gibt ein Klindar, Klindamycin könnte man geben, brauchen wir irgendwas anderes für ein Levo und Klindar. Oder ein Moxi, wäre eigentlich geschickt, ein Moxi zu geben. Moxicillin, Moxifloxazin. Oder man könnte auch Anaerobex dazugeben, das Methonidazol. Okay? Aber eigentlich, Amoxiclav ist ziemlich gut bei der Aspirationspneumonie. Anti-Denk-Präparat. Das kann ich dir nicht sagen. Der Kollege fragt, wie viel es kostet, eine Bakterienkultur anzulegen. Kann ich dir nicht sagen, wie viel es kostet. Ist nicht so teuer, macht man immer gleich. Ja, aber Legionellentest brauchst du gleich. Und die Kultur dauert halt schon ein, zwei, drei Tage. Okay? Und wie schaut es aus mit Sputumkulturen? Sind Sputumkulturen sinnvoll? Sind nur sinnvoll, wenn es ein gescheites Sputum ist von der Lunge. Es muss ein gescheiter grüner sein. Okay? Nicht irgendwo vom Hals mit viel Plattenepithel. Das muss schon ein gescheiter, gescheit von unten kommen. Und der muss innerhalb von zwei bis vier Stunden muss das mikrobiologisch untersucht werden. Passiert meistens leider nicht. Die Schwangere mit einer Pneumonie? Ja, würde ich schon machen. Schwangere mit Pneumonie würde ich aufnehmen. Ja, sicher. Beta-Lak-Dame kann man immer geben. Zephyroxin würde ich geben. Ich würde der Schwangeren ein Zephylosporin geben. Zephyroxin. Schwangere mit Pneumonie würde die Zephyroxin geben. IV halt. Gut. Eben stationär, Amoxiglav, Sultamycillin, Zephyroxin oder Zephyroxin, ein Pipitaz kann man sich überlegen, wenn man Pseudomonas mitabdecken will. Plus, minus Acetromycin. Das hängt halt davon ab, ob man jetzt abdeckt, ob man schwere Pneumonie hat oder ob man glaubt, naja, dem Patienten geht es ganz schlecht, soll nicht noch irgendwas mitabdecken. Ich habe zum Beispiel eine Patientin vor ein paar Wochen aufgenommen, die ist eigentlich aus Mexiko, ist hier in Europa unterwegs gerade, ist herumgereist und die war um die 65 aufwärts. Okay? Sagen wir 67, 68. Hat eine Lobea-Pneumonie gehabt. Wirklich gescheit. Mit Leukos 23, CRP 300. Sie hat einen Flug erwischen müssen in ein paar Tagen. Ich habe erst nicht gewusst, nein, es ist ein Keim von zu Hause, das Resistenzprofil in Mexiko kenne ich erst, kenne ich überhaupt nicht, wie soll ich es erkennen? Sie war in Europa unterwegs, in Ländern, wo es eigentlich recht gut ausschaut mit Resistenzen. Da habe ich auch angefangen. Ich habe ein Amoxiclav gegeben, 3 mal 2,2 Gramm, plus Acetromycin IV. Okay, einfach, um breiter zu sein, um potenziell an Keim abzudecken, wenn da ein Antibiotikum Resistenz ist, dass ich das andere mit dabei habe und dass sie schneller wieder zur Genesung kommt, dass es heimfliegen kann. Okay, es ist nicht so günstig, einen Flug umzubuchen. Gut. So, Pipitaz kann man auch geben natürlich, Levofloxazin wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, Levofloxazin oder Kinolone zurückhaltend verwenden, aber es sind gute Präparate. Legionellen zum Beispiel. Gut. So. Jetzt kommt kurz oder ein bisschen länger die Folie mit den Beta-Lactamen. Zunächst einmal, alle Beta-Lactame haben eine kurze Halbwertszeit, ein bis zwei Stunden, außer, welche Beta-Lactame haben eine längere Halbwertszeit? Zephtriaxon. Zephtriaxon nämlich? Acht Stunden und? Nämlich, R-Tapenem wie lange? Vier. Vierundzwanzig wäre super. Genau. Also, alle kurze Halbwertszeit, außer Zephtriaxon und R-Tapenem. R-Tapenem vier Stunden gibt man nur einmal und Zephtriaxon gibt man auch nur einmal acht Stunden. Einmal zwei Gramm und einmal ein Gramm gibt man R-Tapenem. Man kann das Zephtriaxon auch zweimal zwei Gramm geben bei der Meningitis oder zweimal vier Gramm geben bei der Meningitis. Zephtriaxon, das sieht man sowieso meistens dreimal drei Gramm plus minus. Okay? Alle werden Renal eliminiert, außer Zephtriaxon. genau. Weil Zephtriaxon wird auch bilier eliminiert, muss man nicht die Nierenfunktion anpassen, weil es bilier eliminiert wird, kann es auch Gallensteine machen, Pseudolithiasis. In bis zu 30% der Fällen habe ich gefunden, die Fachinfo sagt weniger, Zulassungsstudien haben es weniger, es gibt aber Studien, die sagen bis zu 30%. Und von denen, ein Sludge kann es machen in der Gallenblase, können wieder ein Drittel, bis zu ein Drittel symptomatisch werden. Aber bei allen verschwindet der Sludge. Okay? Aber es kann theoretisch das machen. klinisch symptomatisch. Klinisch symptomatisch. Gut. So. Viele, viele, viele Beta-Lactame gibt es. Beta-Lactame sind First-Line-Treatment. Das sind die am besten verträglichen Medikamente, Antibiotika, die wir haben. Okay? Super gut verträglich. Penicillin, G und V, Streptokokken-Infektionen. Okay? Erysipel, Tonsillitis, Pneumokokken, Pneumonie. Geht aber auch bei Leptospiren, also bei Spirocheten wie Leptospiren, Treponema pallidum, also bei der Syphilis, beziehungsweise es würde auch bei Porelien gehen. Die Isoxacillin-Pelicilline, wir haben nur das Flugloxacillin hier in Österreich meistens. Wir erinnern uns, das Daph Aureus bildet Beta-Lactamase. Eine Beta-Lactamase ist ein Enzym, das ein Antibiotikum spaltet. Ein Beta-Lactam spaltet, dadurch inaktiviert. Das Flugloxacillin ist so konformiert in seiner 3D-Konformation so gedreht, dass es nicht von der Beta-Lactamase gespalten werden kann. Von der Beta-Lactamase, von der Penicillinase, vom Staph Aureus. Das heißt, es ist das Staphylococcan-Penicillin. Wirkt aber auch gegen Streptococcan. Also ihr wisst, beim RSI-Pel, wenn es Flugloxacillin gibt, weil ich dem Staph vermute, nicht das Penicillin-G dazugeben, sondern das Fluglox reicht und noch besser eigentlich das Zephazolin. Das ist super geil, das Zephazolin. Die Staphylococcan-Penicillin, das Flugloxacillin und die anderen stehen nämlich im Verdacht oder sind hepatotoxisch. Genau wie die Glavulansäure. Hepatotoxisch und auch Nephrotoxisch. Also wir geben das nicht mehr so gern, wenn der Staph Aureus Bakteriemi, würden wir Zephazolin geben. 3 mal 2 Gramm IV. Beim MRSA muss man was MRSA-Wirksames geben. Übrigens, MRSA ist der Methicillin-Resistente Staph Aureus und der MSSA Methicillin-Sensibler Staph Aureus. Wenn man einen Methicillin-Sensiblen, also einen Staph Aureus, der auf einen Beta-Lactam geht, mit einem Vancomycin behandelt, schneidet der schlechter ab. Okay, man glaubt immer, Vancomycin kann man geben beim MRSA, das muss ja viel stärker sein als das Beta-Lactam. Aber nicht, wenn der von Beta-Lactam sensibel ist. Das Beta-Lactam, das ist viel bessere. Beta-Lactam first. Okay. Gut. Bipitaz, Bipirazelin, Tatsopactam, super breit, Gramm-Positiv, Gramm-Negativ, Staphylococcus, Streptococcus, Endrococcus fecalis, die Viridans, Gruppetects, Abfall und Streptococcus, Gramm-Negativ ist es gut, E. coli, Klebsiella, Protois, Citrobacter, Endrobacter, Morganella, Klebsiella, ihr habt da alles drin mit dem Tatsopactam kombiniert. Anaerobia habe ich auch drinnen, super breit, super toll, eine Stufe vor dem Pineem aus meiner Perspektive. Okay, das breiteste ist das Meropineem, eine Stufe davor ist das Pipitaz. Okay. Dosierung, dreimal 4,5 Gramm, außer man, die Amerikaner empfehlen nämlich folgendes, die sagen, wenn man weiß, dass es ein Pseudomonas ist, dann muss man viermal 4,5 Gramm geben. Beziehungsweise in der Sepsis würde man auch viermal 4,5 Gramm geben. Auf Intensivstationen ist man eigentlich mittlerweile schon dahingehend unterwegs in vielen, dass man das nicht mal als Bolus gibt, so in 30 Minuten Infusionen, sondern in einer prolongierten Infusion über drei Stunden oder Continuous Infusion ganze Zeit schon langsam reintropfen lassen. Wenn man gesagt hat, wir haben eine zeitabhängige Bakterizidie, das heißt, die Dauer, wo die Konzentration über der MHK ist, ist wichtig und bei der kontinuierlichen Infusion habe ich länger diese optimierten Spiegel. Es gibt super Daten, dass Prolonged oder Continuous besser ist als die Bolusinfektion. Bei Pseudomonas, Petalactamen und bei Penemen. Bei Cephalosporine ist die Datenlage nicht so gut. Gut. So, Pipitaz, Pseudomonas, das P steckt ja schon drinnen. Also bei einer CAP, bei einem Patienten mit einer COPD, vier, der oft im Krankenhaus ist und eine Pneumonie hat und ich will den Pseudomonas mitabdecken, würde ich ein Pipitaz geben. Okay? Gut. Cephalosporine. Gibt es unterschiedliche Einteilungen von den Generationen. Manche sagen, es gibt drei bis drei A, drei B und dann gibt es die Antipsodomonas und dann die MRSA-Wirksamen. Manche machen vier dazu, manche teilen es auch vier A und vier B ein oder die Fünfe dazu. Ganz, ganz unterschiedlich. Was wir uns merken, die werden von der ersten bis zur letzten Generation, die erste Generation ist Sub, die erste Generation, die zwei sind gut, super im Gramm-Positiven, schlecht im Gramm-Negativen und die werden immer besser im Gramm-Negativen, verlieren aber im Gramm-Positiven Bereich. Okay? Erste Generation, Cephazolin, Cephalixin, Cephalchloris, machen wir auch in der zweiten, weil es ein bisschen gegen Hämophilus wirkt. Die wirken gegen Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiellen und E. coli. Okay? Das sind die Klebsiellen-Medikamente, weil die Penicilline haben eigentlich eine Klebsiellen-Lücke, deshalb, die schließt man mit den Cephalosporinen. Dafür haben die Penicilline, da haben die Cephalosporine die Enterococcus-Lücke. Okay? Jetzt habe ich eigentlich oben das Aminopenicillin ausgelassen, das sprechen wir nachher kurz. Gut, gegen Hautinfektionen, wo man den Staphylococcus abdecken will, gegen Staphylococcus-Bacteriamin. Cephoroxim hat den Moraxella und den Hämophilus mit dabei, super gegen Atemwegsinfektionen, auch gegen Harnwegsinfekte, weil es auch den Klebsiella und den E.coli mit abdeckt, auch Staphylococcus-Strap und manchmal auch den Brotholz. Cephoroxim ist das IV-Präparat, Cephoroxim-Axetil, das zum Schlucken. Cephoroxim-Axetil kann nicht viel, das ist für nichts. Warum? Weil es eine orale Bierfügbarkeit hat von 50%, wenn man PPI dazu nimmt und wer in Österreich nimmt keinen PPI, haben wir eine Bierfügbarkeit von 30%. Das kann man schmeißen dann, das kommt nirgends an, außer im Darm bleibt es und macht die Darmflora kaputt und das hilft dann bei Cephoroxim-Axetil zum Schlucken, Zinat, Handelsname, hilft dann gut bei Infektionen, die von alleine wieder gut werden, wie die Sinusitis und Otitis. Okay? Gut, die anderen brauchen wir nicht so wirklich, Cephomandol, Cephocetan, brauchen wir nicht wirklich. Außerdem ist Cephocetan eigentlich ein Cephamycin und kein Cephalosporin. Gut, die dritte Generation ist noch besser im Gramm-negativen Bereich, da habe ich auch Protoes, Seratia, Citrobacter, Enterobacter, Morganella und so weiter dabei, ist auch noch im Gramm-positiven Bereich, super gegen Breit, ist es ziemlich breit, kann man geben, gegen Harnwegsinfekte, fieberhafte Pylinephritis, Lungeninfekte kann ich geben, ich kann es auch bei Haut- und Weichtinfektionen theoretisch einsetzen, wenn ich einen diabetischen Fuß habe und breit unterwegs sein will, ich kann es geben, Cephotaxin bei der spontanbakteriellen Peritonitis, wäre auch eine Indikation, weil sehr breit einsetzbar. Cephtacidim wirkt nicht mehr im Gramm-positiven Bereich, dafür hat es aber den Pseudomonas drinnen. Das heißt, wenn ich den Pseudomonas nachgewiesen habe, in der Blutkultur, kann ich mir das aussuchen, nehmen wir Cephtacidim, ein Cephtacidim oder ein Piparacilin Tazobactam kann ich nehmen, irgendeines von denen, die halt empfindlich ist. Wenn es ein Lieber ist, die sind ja auch so MRGN-verdächtig manchmal. Gut, Cephtacidim wirkt auch gegen Pseudomonas, P steckt da schon drinnen, wirkt aber auch gegen Staph, es ist deshalb 4, weil es gegen Pseudomonas wirkt, aber die Gramm-positiven wieder dabei hat. Aztreonam, super tolles Antibiotikum, wirkt nur gegen Gramm-negative Aerobia, ist ein Reserveantibiotikum. Ist aber wirklich cool, weil es auch gegen Pseudomonas wirkt und gegen eine gewisse Art von Beta-Lactamasen, gegen Metallobeta-Lactamasen, Klasse B, sind die stabilis. Und die Klasse B, Beta-Lactamasen sind im Aufkeimen und die spalten auch Carbapineme, also ein Reservepräparat, das man aber speziell kombinieren muss dann. Gut, jetzt noch kurz, Amoxicillin, Ampicillin, Ultrabreit, Antidenk-Präparat, Staphylococcus, Streptococcus, mit Clavulans oder kombiniert, wegen der Beta-Lactamase von Staphylococcus, Listerien habe ich drinnen, ich habe E. coli drin, ich habe Moraxella drin, mit der Beta-Lactamase, Hämmer, ich habe den Haemophilus drinnen, manchmal auch den Proteus. und Enterococcus, meistens aber eher den Fäkalis, gegen Fäkalis wirkt Alice, der ist sehr leicht zu therapieren, den Fäzium bringt gar nichts um, der ist eher schwer, in Österreich nicht, Land der Seligen, alles Leiband bei uns. Gut, so, Peneme, Peneme, Ultrabreit, Gramm-Positiv, Gramm-Negativ, Anaerobia, das Schmalspektrum Penem ist Erta-Penem, das wirkt nicht gegen Pseudomonas und andere Non-Permente wie den Acinetobacter Barmani und Stenotrophomonas Maltophila, prinzipiell wirken diese Peneme nicht gegen Stenotrophomonas Maltophila. Das ist die einzige Lücke, seit wir die Peneme haben, kennen wir den Keimerst überhaupt. Was macht Stenotrophomonas? Welche Ärztegruppe hat mit dem Stenotrophomonas zu tun? Intensivmediziner, ist ein klassischer Intensivmediziner Keim. Wie behandelt man den? Nicht mit Benehmen, sehr gut, mit Cotrimoxazol, Dosierung 3x69. Gut, Erta, schmal, die anderen wirken breit, haben auch den Pseudomonas drin, Imib, mehr Gramm positiv, mehr Gramm negativ, Dori gibt es gar nicht mehr. 3x2 Gramm, 3x1 Gramm, Meropenem, 1x1 Gramm, Erta-Penem. So, das war bis jetzt, hat man gesagt, Beta-Laktame wirken nicht bei Methicillin-resistenten Keimen, Staph-Aureus, weil der Penicillin-Bild, der MRSA modifiziert das sein Penicillin-bindendes Protein, das wird zum PBB2A, kodiert auf dem MEK-A gehen, das muss man wissen für die 7x2, und dann wirkt keines von diesen Beta-Laktamen mehr, außer Zeftarolin und Zeftobiprol, okay, die haben eine Affinität zum Penicillin-bindenden Protein 2A und sind auch bei MRSA einsetzbar. Neues Zeftolozan, das ist ganz cool, das ist mit Tazobactam zusammen jetzt, Zeftolozans wie Zefepim, die sind eigentlich ganz geil, die zwei Präparate, Zefepim und Zeftolozan, warum sind die das? Bei Gramm-negativen Keimen muss das Antibiotikum durch die äußere Schicht durch in den periplasmatischen Raum und dann dort sitzen diese Penicillin-bindenden Proteine, die gehemmt werden müssen. Bei Gramm-negativen Keimen ist es so, entweder gibt es Pumpen, die das Präparat rauspumpen aus dem periplasmatischen Raum oder der hat Mutationen in seinen Purinen, dass da nichts durchkommt. Zefepim braucht keine Purine, das kann so durchflutschen, weil es Amphi viel ist, Zeftolozan genauso und das sind keine guten Pumpensubstrate und sie haben noch eine gewisse Stabilität gegen einzelne Beta-Lactamase, gegen die Amp-C-Klasse. Beta-Lactamase sieht man ein neuer Fetisch, ich könnte stundenlang darüber reden. Deshalb sind es wirklich zwei, ist das wirklich ein super tolles neues Präparat, stehe voll drauf. Und wir haben neue Beta-Lactamase-Inhibitoren, die viel, viel breiter sind. Avipactam mit Zeftacidim, heißt auch Zavizepta, sinnvoller Name, Vababactam kommt mit Mero, Rele kommt mit Imi, Zidipactam wird mit Zefepim kommen, das ist überhaupt geiles Zidipactam, weil es selber auch antibakteriell wirksam ist. Super geiles Teil, kommt aber erst. Es gibt noch viele andere Präparate in der Pipeline, die wirklich super sind. Gut. Nebenwirkungen, sehr, sehr gut verträglich. Beta-Lactam first, wir haben gehört, man muss die Niere anpassen, was mir wichtig ist. So, ab welcher GFR würde dir ein Beta-Lactam anpassen? Prinzipiell muss man sagen, die meisten Präparate muss man anpassen, wenn man sich Fachinformationen anschaut, irgendwann zwischen 50 und 30. Okay? So, was mache ich jetzt mit einem Patienten? Der hat eine chronische Niereinsuffizienz und hat normalerweise eine GFR von, sagen wir, 58. Das ist ein stabiler Wert, 58, okay? Ist er krank, ist er krank, akut und hat eine GFR von 22, weil er hat nichts trinkt in der Pneumonie. Da hat man Trinkunlust. Was? Geben wir ihm die volle Dosis oder die nierenadaptierte Dosis? Aber eine GFR von 30 würde ich sagen, kann man Beta-Lactam anpassen. Wer gibt dem Patienten in akuten Nierenversagen normalerweise eine GFR von knapp 60, es hat eine GFR von unter 30, 28, 25, die volle Dosis. Wer gibt ihm die nierenadaptierte Dosis? Der Rest gibt ihm gar nichts. So, gut, die ihm gar nichts geben, da stirbt der Patient, die nierenadaptierte Dosis geben, wird er wahrscheinlich überleben. Ich würde ihm die ersten ein, zwei Tage die volle Dosis geben. Warum? Die sind saugut verträglich, wenn der jetzt zwei, drei Tage statt zweimal 1,5 Zephoroxim dreimal 1,5 kriegt oder statt zweimal 4,5 Pipitaz dreimal 4,5 Pipitaz macht es überhaupt nichts mit den Patienten, nichts Negatives, aber die Niere wird meistens besser bei dem wieder. Wenn der chronische Niere hat und der füllt Flüssigkeit ein, wird die Niere besser und man ist auf einem Niveau, der kommt auf sein Ausgangsniveau. Also die ersten paar Tage wird er gescheit dosieren. Volle Dosis. Wenn er immer GFR von 30 hat oder 28, dann passe ich natürlich an die Niere an, aber sonst nicht. So mache ich es halt. Aufpassen muss man beim Zephepim, weil Zephepim kann Krampfanfälle auslösen sonst, wenn man es nicht adaptiert an die Niere. Aber am ersten Tag wird es auch wurscht sein. Gut, generell sehr gut verträglich. Sie können alles machen im Darm von Durchfall, von Antibiotika assoziierte Diarrhoe bis hin zu Glostridien, Übelkeit Erbrechen, alles möglich. Pilzinfektionen können es auch machen, natürlich wie jedes Antibiotikum. Naja, genau. Hepatotoxisch sind das Fluxaxacillin und die Glavulansäure, obwohl so extrem Hepatotoxisch ist es ja auch wieder nicht. Manche Quellen sagen, einer bis 17 von 100.000 haben Hepatotoxizität. Wie ist die? Die ist eine cholestatische Hepatotoxizität mit bis zu sechs Wochen Latenz. Das heißt, es hat schon wieder mal Amoxiglav bekommen bei einer Tonsillitis und sechs Wochen später wieder gelb, dann war es wahrscheinlich die Glavulansäure. Penicillin Allergie. Was ist das Wichtigste, wenn jemand sagt, er hat eine Penicillin Allergie, was fragen wir den Patienten? Sehr gut, welche Reaktion er hatte, weil was sagt er da? Was ist wichtig? Genau. Hautreaktion ist uns wurscht, Anaphylaxie, Atemnot ist uns nicht wurscht. Hautreaktion kann er kriegen, Enzephalosporin, bei der Anaphylaxie würde ich es ihm nicht geben. Kreuzreaktion gibt es 3-5%, 3-10% nicht beim Monopactam, Arztrionarm kann man auch geben, beim Patienten, der aus Penicillin eine Anaphylaxie hatte, weil es keine Kreuzreaktion gibt. Wir werden nachher eine kurze Ausnahme hören. Was mache ich jetzt? Wir sind beim 16-jährigen Mädchen, die hat eine Tonsillitis und geschwollene Hals-Lymphknoten hat vom Hausarzt oder von irgendeinem Arzt, ist ja wurscht, ein Aminopenicillin bekommen und kriegt einen Ausschlag. Das war eigentlich keine Streptokokkenangina, sondern eine Mononukleose, weil mit 16 verbringt die Zunge ja mehr Zeit im fremden Mund als im eigenen. Irgendwer hat ja aber, man fragt sich sowieso immer, wieso gibt man überhaupt einem Menschen mit Tonsillitis ist ein Amoxiglav, ich verstehe es nicht, man braucht es nicht, bei einer klassischen Streptokokkenangina brauche ich kein Amoxiglav, das ist zu breit, das ist einfach nicht notwendig, aber es wird gemacht, gut, vieles wird gemacht, was nicht notwendig ist. Gut, hat dieses Exanthem, Ampicillinexanthem, darf die Person mit dem Ampicillinexanthem später wieder einen Amoxiglav bekommen oder nicht? Darf sie, es war eine pseudoallergische Reaktion, keine richtige allergische Reaktion, okay? Das lässt er retrospektiv schwer feststellen. Ja? 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 Der Kollege fragt, wie ist es zu klassifizieren, wenn der Patient sagt, er hat ein Penzling genommen, hat ein Exanthem drauf gekriegt und Ödeme, wie es zu klassifizieren ist, naja, wo Ödeme? Im Gesicht? Lied? Oder im Gesicht? Naja, dann würde es ihm eher nicht geben, ehrlich gesagt, weil wenn er Ödeme im Gesicht hat, würde ich ihm eher keinen Petalactam nachher mehr geben. Achso, wie die Pathophysiologie ist vom Ampizilinexanthem bei EBV oder CMV? Das ist eine gute Frage, kann er da nicht sagen. Vielleicht durch eine Voraktivierung des Immunsystems durch das Virus und das Antibiotikum setzt sich dann drauf, vielleicht wie es als Hapten. Das kann sein, Hapten sind Substanzen, die körpereigene Strukturen so modifizieren, dass sie vom Immunsystem angegriffen werden. Vielleicht ist es das, ich weiß es aber nicht. Ich glaube, es ist eine verzögerte Typ 4 Reaktion. Ja, ich glaube, Typ 4 kann man auch mit den A bis Subtypen unterhalten, ich glaube, es ist eine 4-4 Reaktion. Habe ich irgendwo mal abgespeichert. Weiß ich aber nicht, wer genau. Gut, Gerinnungsstörungen kannst du machen, Makuma, Fembrokumon, okay, das Präparat, das urvieleute kriegen für Vorhofflimmern oder weil sie ein TVT hatten. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Ich habe heute extra nachgeschaut. Die Packung Makuma, also Fembrokumon, eine 100er-Packung, kostet 14 Euro, okay, 14 Euro. Mit der kommt mal lange aus, weil man eigentlich, der Patient braucht nie eine Tablette, meistens eine halbe oder Viertel am Tag, manchmal sogar zwei Tage nichts. Das ist bei jedem Makuma, beim Fembrokumon anders. Diese neuen Antikoagulantien, die Doax, wie Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran und Edoxaban, kostet eine Monatspackung 100 Euro. Das Problem ist aber, beim Makuma sind urviele Leute nicht gescheit eingestellt. Gibt es Daten, 20 bis 70 Prozent der Zeit ist man inadäquat eingestellt, nicht im Zielbereich. Jede Antibiotikagabe führt dazu, dass die entgleisen, fast jede. Warum entgleist ein Patient mit Fembrokumon, einem Vitamin-K-Antagonisten, wenn er ein Antibiotikum kriegt? Beides. Weil es auf Mikrobiomen wirkt, nämlich bitte es werden die Vitamin-K-produzierten Bakterien, E. coli und Bacteroides machen das, werden abgeschossen, weniger Vitamin-K, ist gleich verstärkt die Wirkung von Vitamin-K-Antagonisten. So, das ist der eine Punkt. Das kann jedes Antibiotikum machen. Die entgleisen regelmäßig. Okay, ich bin kein Freund von Makumar. Jetzt machen wir kurz einen Abstecher in die Makumarschiene. Welche zwei Indikationen für die Antibiotikum? Also Antikorrelation ist klar, Vorflimmern oder TVT oder Polmonar-Embolie und wenn es eine unklare Genese ist, braucht er das ewig bei der TVT-Therapie, die Antikorrelation. Und der Vorflimmer Mensch sowieso, wenn ein Schatz was größer 1 hat. Oder größer 2 sowieso, bei 1 wahrscheinlich. Doag, also Antikorrelation braucht er. Was sind die zwei Indikationen, wo ich unbedingt den Makumar brauche, wo ich leider kein Doag geben kann? Und? Mechanische Herzklappen und? Die chronische Niere. Ab einer GFV von 15 gehen die ganzen Doags nicht mehr. Okay? Das sind zwei Indikationen. Sonst bin ich kein Freund davon. Die Krankenkasse finanziert es noch leider nicht immer. Das Chefarzt bewilligt es nicht immer, weil es halt wirklich teurer sind. Das geht wirklich ins Geld. Leider. 14 Euro versus 100 Euro im Monat. Und mit den 14 Euro kann es wahrscheinlich zwei, drei Monate auskommen. Und diese andere kostet 100 im Monat. Aber ich bin ein großer Freund der Doags. Pro Doags, kontra Makumar. Gut, zwar haben wir Abstecher. So, es gibt ein paar, die machen Rinnungsstörungen, weil es diese N-Methyl-Tiotetrazole-Seitenkette haben. Das ist Zephotetan, Zepoperazone und Zephamandol. Verschreibt kein Mensch. Also es ist Wurscht. Lernt man schön, klingt geil, bringt uns nichts weiter im klinischen Alltag. Alkoholunverträglichkeit, genau dieselbe Geschichte. Krampfanfälle, selten. Das Zephepim kann das machen. Auch das Imipenem kann das machen. Imipenem macht sehr viele Krampfanfälle. Mero am wenigsten von den Pinemen. Man hat die geringste Affinitätsumgabe A-Rezeptor. Hypokalämie. Alle Beta-Lactame können, wenn sie hochdosiert, sind eine Hypokalämie. Warum ist das so? Genau, sie fallen aus als Natriumsalze, Spätistal, Natrium zurück, Kalium raus. Es geht urviel um den ENAG. Ich liebe Nierenphysiologie und da tut sie einfach urviel mit diesem ENAG die ganze Zeit. Neutropinie, auch Zephepim kann das machen. Nach 14 Tagen Dauertherapie. Zeftarolin kann auch eine Neutropinie machen. Aber erst nach 21 Tagen kommt das. Jetzt sind wir bei der Neutropinie oder bei der Zytopinie. Welche anderen Antibiotika kennt ihr, die noch bekannt sind dafür, Zytopinien oder Neutropinien zu machen? Methinazol? Nein, Methinazol eher nicht. Methamizol macht Neutropinie, aber es ist kein Antibiotikum. Lenezolid, sehr gut. Lenezolid ist der Klassiker. Thrombozytopinie, Anämie, bis zur transfusionspflichtigen Anämie oder eben Zytopinie per se. Und, eins haben wir heute schon gehört, Sulfonamide, Cotrimoxazol. Sulfonamide haben wir uns immer gemerkt, Stephen Johnson, hohe Proteinbindung, Neutropinie. Und fallen aus, viel trinken, weil sonst wird die Nieder kaputt. So, und mit der Nephrotoxizität ist ganz spannend. Jedes Medikament, jedes Medikament kann nephrotoxisch wirken durch immunologische Prozesse. Und letztens habe ich es von einem Patienten gehört, bei uns an der, ich bin gerade von der Rotation auf einer Nierenabteilung und ein junger Patient hat da Zephoroxin bekommen, hat eine interstitielle Nephritis davon bekommen und hat akutes Nierenversagen gehabt. Die Niere ist wieder gut, hat sich erholt, aber es dürfte am ehesten durch das Zephoroxin passiert sein und jede kann das machen. Jedes Antibiotikum, jedes Präparat kann eine interstitielle Nephritis machen. Das ist dann meistens oft mit Eosinophilie und Ausschlag assoziiert, aber nicht immer. So, und Kaupeneme senken im Valproatspiegel. Warum? Weiß man nicht. MRP-4-Hemmung, Gluconidierungsinduktion, man weiß es nicht. Was ist ein Valproat überhaupt? Wäre es so, es sind die gefragt, die schon zumindest die vier im vierten Jahr aufwärts sind? Gut, okay. Mit der Antwort, ich frage den Kollegen, er sagt, das Salz der Valproinsäure, okay, ja, kann man so sagen, ja, aber das ist eine schöne chemische Beschreibung, gefällt mir gut, aber in welchem Bereich setzt du das Medikament ein? Ein Antikonvulsivum, in der Psychiatrie kann man es auch machen, aber eher ein Antikonvulsivum. Ein Natriumkanalblocker blockiert aber auch die Calciumkanäle vom L-Typ und vom T-Typ und ist auch ein bisschen mehr GABA-Spitz mit, die GABA-A, Transaminase wird downreguliert und die Glutamat-Dekarboxylase wird abreguliert. Was macht Valproat für Nebenwirkungen? Ich frage, weil wir quervernetzt denken, okay, man muss quervernetzt denken. Sieht man irgendwann einen medizinischen Term, der irgendwie spannend sein kann, Quervernetzungen bilden und gleich über das nachdenken, okay? Was macht Valproat für Nebenwirkungen? Hepatotoxisch, ja? Teratogen, ja? Tremor. Genau, die T's haben wir. Tremor, Teratogen, Transaminasenanstieg. Alopecin macht es auch noch. Sehr gut. Immer Quervernetzungen schaffen. So, jetzt kommt der fancy Infektiologen-Fact des Tages. Wir haben vorher gesagt, Arztrionarm kann man geben, auch bei der Anaphyloxie auf ein Beta-Lactam, auf ein Penicillin. Arztrionarm und Zeftazidim haben dieselbe Seitenkette. Okay? Das heißt, es gibt eine potenzielle Kreuzreaktion, wenn jemand auf Zeftazidim eine Anaphyloxie hatte. So, aber wer weiß das schon? Kein Patient weiß, auf welches Cephalosporin eine allergische Reaktion hatte, wenn es nicht gerade ein Cephaloxin oder Cephazolin war oder Cephuroxin und Zeftazidim kriegt eh fast kein Mensch, außer im Intensivsetting und da ist dann dokumentiert. Aber das ist die einzige Ausnahme, sonst ist Arztrionarm ein super Präparat bei Penicillinallergie. Gut, hier sieht man jetzt noch ein paar Daten. CUP, Community Acquired Pneumonia, Short vs. Long Term Treatment, sind sehr breite Konfidenzintervalle, okay? Aber de facto sieht man, es ist eher auf der linken Seite, Favos Short Course, das heißt, die kurze Dauer ist laut dieser Metanalyse besser, aber sie ist zumindest gleich gut wie die lange Therapie, okay? Wir brauchen keine 10-Tage-Therapien, 5 bis 7 sind genug. Andere Metanalyse hat 3 bis 7 versus 7 bis 10 verglichen, kein signifikanter Unterschied. Ein bisschen älter, aus Jahr 2008, aber doch. Das heißt, gleiche Effektivität bei weniger Nebenwirkungen, okay? Wir brauchen eine Pneumonie, keine 10-Tage-Behandlung. Wenn sie unkompliziert ist, Pseudomonas-Pneumonie, nachgewiesen ist was anderes, muss man 14 Tage, Staphylococcan-Pneumonie muss man länger behandeln, Legionellen-Pneumonie nicht so lange wie im Herold steht. Der Herold sagt, eine Legionellen-Pneumonie muss man behandeln, 21 Tage. Das stimmt nicht. Das ist nur beim Immunsupprimierten so, nicht beim Gesunden. Da reicht es, wenn man es auch 10 Tage plus minus behandelt. 7 bis 10. Gut, das lassen wir weg. Das lassen wir weg. So, ganz kurz zur Hospital-Aquite-Pneumonie, bevor wir eine Pause machen. Die Hospital-Aquite-Pneumonie ist definiert als eine Pneumonie, die im Krankenhaus erworben wird. 48, 72 Stunden nach Aufnahme. Okay, das sind eher am Anfang, wenn es nach 3, 4 Tagen passiert, sind es eher Keime wie bei der Community-Aquite, Gram-positive. Wenn man aber schon 2, 3 Wochen im Krankenhaus ist, sind es eher Gram-negative Keime. Enterobacterien, E. coli, Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas, vor allem auf der Intensivstation, Acidobacter auf der Intensivstation, Deandrophomonas auf der Intensivstation, Pseudomonas bei Beatmeten zum Beispiel. Das sind so Risikofaktoren. Oder, wenn man besiedelt ist mit einem MRSA, hat man auch Risikofaktoren, dass es so ein Keim ist. Okay, also bei der HAP verschiebt das Spektrum in den Gram-negativen Bereich. Das heißt, wir müssen es empirisch dann breiter angehen. Auch Therapie, 7 bis 10 Tage ist ausreichend. Es gibt ein paar Risikofaktoren für die multresistente Enterobacterien oder Erreger eigentlich. Gut, ohne Risikofaktoren, wenn er erst 2, 3 Tage im Krankenhaus ist, kann man Zeftriaxon, Zefotaxim geben. Ist er schon lange im Krankenhaus, ein Zefepim oder Pipitaz oder eben ein Zeftazitim, aber dann nur in Kombi mit etwas, was sonst noch im Gram-Positiven Bereich wirkt, weil Zeftazitim wirkt ja nicht im Gram-Positiven. Also Zeftazitim und Levo zum Beispiel oder Zeftazitim und Linetzolid, wenn man den MRSA abdecken will, Wanker wird auch mit MRSA oder ein Meropenem in ganz schwierigen Fällen, wenn man zum Beispiel weiß, der ist besiedelt da oben mit einem ESBL zum Beispiel. ESBL, auch urspannendes Thema, wie macht man, wie therapiert man ESBL, wie therapiert man multresistente Keime. Ultrageiles Thema. Sprengt nur leider den Rahmen. Initial auch Kombinationstherapie mit Zipro-Lever dazu oder mit Amiloglycosid. Manche Guidelines sagen auch Phosphormycin-IV kann man dazugeben, machen aber nicht alle. Gut, da Kombinationstherapie häufig notwendig, bei schweren, bei septischen Patienten in der Invasivbeatmung immer Kombinationstherapie, bis man den Keim dann hat. Okay. Was machen wir jetzt? Wir haben wieder ein Fallbeispiel. Wir haben einen 70-jährigen Mann, einen 70-jährigen Mann, der ist bekannter COPD-Patient. Er ist Raucher und seit drei Tagen hat er zunehmende Dyspnoe. Er hat kein Fieber, er hat Gimt beidseits, er hat keine feuchten Rasselgeräusche, er hat der Bluthochdruck, Hypothyreose, chronische Niere 3a, das bedeutet zwischen GFR 40 und 60, er hat eine Penicillinallergie, er hat Leukos und CRP ein bisschen. Ah, kurz noch, kurz Pause bei dem Fall. Vorher habe ich vergessen, was zu sagen. Beim Harnwegsinfekt ganz am Anfang, wie ich in der Enterokokken-Schiene geistig war, ist mir was entfallen, was ich gerne gesagt hätte noch. Wenn man einen polymikrobiellen Harnwegsinfekt hat, wo Enterokokken und Gramm-negative Keime sind, immer die Gramm-negativen Keime behandeln, den Enterokokken kann man weglassen. Wenn man den Gramm-negativen behandelt, passt das. Monomikrobiell, hohe Anzahl von Enterokokken und keine andere Erklärung für Fieber oder was auch immer schon behandeln, Enterokokken. Polymikrobiell in der Blase reicht, der Gramm-negative zu behandeln. Gut. Und dann nochmal zum Makumar und den Doaks. Die Doaks gehen nicht bei einer GFR kleiner 15. Der Kollege hat vorher 50 verstanden, er wollte es nochmal klarstellen, kleiner 15. Gut. Pause, Ende, weiter zum Fall. Was hat er? Er gibt, ist bekannter Ceobidela, hat ein bisschen Leukos, eine CHP von 40 pro Liter, also nicht 400, sondern 40. Was hat er? Nimmt er immer. Der Kollege fragt, ob er seine Sprays genommen hat. Ja, er hat die Sprays genommen. Er muss keine Infektion haben, das stimmt, finde ich gut. Er muss er nicht haben, wenn er ein bisschen Leukos, ein bisschen CHP und du sagst das richtige Wort, er ist exerzibiert, aber er wird trotzdem wahrscheinlich infektexerzibiert sein. Ja, kann aber auch bakteriell exerzibiert sein. Genau. Die Frage ist, was machen wir? Wir sagen, er ist eine exerzibierte COPD. Was machen wir jetzt mit ihm? C-Pappen, der sitzt da ganz normal. Ja, aber der will ja nicht C-Pappen. Der sitzt normal, er spielt düsteln, aber er ist weit weg vom Pappen, C-Pappen. Bakterienkultur, dauert wieder zu lang. Aber wenn er den Heimsaustoff für morgen, dann ist er nicht für morgen. Nein, Heimsaustoff für morgen, wie kriegt er den Heimsaustoff und wie ist Heim nach Hause gehen mit Sauerstoff und dann wieder kommen, geht auch nicht so ganz. Gut, okay. COPD-Exerzibation. Der Kollege sagt schon richtig, er braucht was zum Inhalieren. Okay, ein Kombivend von mir aus. Das ist ein Beta-Mimeticum zum Inhalieren. Das ist das eine. Man inhaliert, man macht die Bronchien auf, einen Bronchodilatator gibt man. Eben ein Beta-Mimeticum. Kombivend von mir aus. Was macht man noch bei der COPD-Exerzibation? BGA stechen kann man. Schau, kann man machen. Auf einer Pulmologie, wie kriegt jeder COPD-Patient einen BGA? Wenn der aber vor mir sitzt, mit mir sprechen kann, der hat eine Sättigung von mir aus von um die 90, 90 ist zu wenig, sagen wir so 93, 94 oder auch um die 91. Er sitzt, er gimt und sagt, er kriegt nicht gescheit Luft. Okay, kann ich ja Gas machen, muss ich aber oft nicht. Okay, kann ich machen, um zu schauen, ob er eine Hyperkapnie hat, weil da muss ich aufpassen mit der Sauerstoffsättigung. Hyperkapnische Patienten sollen ja Sättigung haben zwischen 88 und 92. Normokapnische mehr. Wenn du dann Hyperkapnischen viel CO2, zu viel Sauerstoff gibst, nimmst du ihm den Atemantrieb, weil die Hypoxie sein Atemantrieb ist und nicht der hohe PCO2, wie bei uns normalen Menschen. Kann man Gas machen? Okay, kann man machen. Ist auch schön. Atriellstechen ist meistens leichter, als irgendjemanden mit schlechten Venen an Venflon reinzufummeln. Ist besser, Atriell zum Stechen. Gut. Ja, sehr gut. Wie viel, wie lang? Ja, kann man bringen, muss man aber nicht. Würde nicht so machen. Ich würde sagen, er kriegt 50 Milligramm Prednisolon für fünf Tage jeweils. Einmal 50 Milligramm für fünf Tage. Okay, nicht ausschleichen. Ausschleichen, Cortisol ausschleichen, muss man nur bei langfristiger Gabe ab von mir aus 10, 10, 14 Tagen. Ab 14 Tagen würde ich schon machen, bis zu 10 Tage kann man auch ohne ausschleichen. Okay? Und fünf Tage Cortisoltherapie über der exerzibierten COPD muss man nicht ausschleichen. Okay? Gut. Okay. Was sind Ursachen für eine COPD-Exerzervation? Ursachen sind, meistens ist Infekt getriggert. 80% der Fälle, davon sind 25 bis 50 bakteriell, 50 bis 75 viral. Wenn es Bakterien sind, ist es meistens der Haemophilus. 15 bis 25% Haemophilus, 10 bis 15% Moraxella und Pneumokokken. Okay? Kann aber de facto jeder Keim machen, wie immer jeder Keim alles machen kann. Oft sind es irgendwelche Viren. Was sind die anderen 20%, die nicht Infekt getriggert sind? Können Umweltreize sein, können irgendwelche Umwelt Verbrennungsrauch, Rauch von Verbrennung kann es sein. Eine dekompensierte Herzinsuffizienz kann das Ganze auch exerzibieren lassen. Okay? Therapie, Prednisolon, 50 Milligramm, 5 Tage, IV oder PO, am ersten Tag meistens gibt man das IV, wenn er kommt und kein Luft kriegt. Saba, Sama, Short Acting, Beta Agonist, Short Acting, Muscarin Antagonist, Inhalativ, mehrmal am Tag, kommt Event, viermal am Tag soll er inhalieren. Gegebenenfalls, Terbutalin Subcutan, das Prikanül ist das. Wir sind ein Prikanüll-Land, steht in keiner einzigen Guideline, steht dieses Prikanül drinnen. Das ist ein subcutanes Beta Mimeticum. Ich frage mich immer, wieso soll er dem Patienten was Subcutan geben, dass er im ganzen Körper Beta Mimeticum-Effekt hat, wenn ich es in der Lunge haben will. Ich lasse die Leute viel lieber inhalieren. Manchmal geht es dann anders. Okay, der kann nicht mehr inhalieren, der ist schon, ich bin schon polypragmatisch unterwegs, ich habe schon Cortisol gespritzt, ich lasse ihn inhalieren, ich habe ihn auch schon, weil er ein bisschen dicke Beine hat, schon lasig gespritzt. Naja, dann gebe ich halt nur eine Prikanüll dazu, wenn die Herzfrequenz nicht gerade bei 130 oben ist, weil es die Herzfrequenz, das Terbutalin erhöhen kann, natürlich das Beta Mimeticum, obwohl es ein Beta 2 ist, aber ist nicht so selektiv. Und am Herzen sitzt der Beta 1, wie wir wissen. Ja, kann man halt machen. Im Notfall gibt man halt ein bisschen ein, bei einem, der ganz, ganz stark dekompensiert ist, eine extreme Atemnot hat, kann man auch ein bisschen Morphin dann geben. Okay, so 5 Milligramm Vendal, schön langsam oder in einer Kurzinfusion, das nimmt den Atemantrieb und dann diese Tachypneu wird ein bisschen weniger, subjektiv die Dyspneu wird weniger und der Patient kann tiefer atmen und besser atmen und es geht ihm nachher besser. Das würde er aber das erste Mal halt vielleicht unter Aufsicht machen und erklär jedem reinfahren mit einem Opium. Aber kann man machen als Ultima Ratio. Gut, früher hat mir Prednisolon 14 Tage gegeben, bis der Herr Leupy im JAMA publiziert hat, das Reduce Trial und da hat er 14 versus 5 Tage verglichen und 5 Tage waren es genauso gut wie 14 Tage. Okay, er hat einen Vortrag von ihm mal gehört, er hat gesagt, eigentlich hätte er gern 3 Tage probiert, er glaubt, das reicht auch, aber er hat sich nicht getraut. Weil für ein 14 auf 3 ist das ein bisschen groß zu uns, aber 14 auf 5 hat er sich getraut. Man muss sagen, in seiner Studie hat jeder ein Antibiotikum bekommen. Wir machen nicht bei dem ein Antibiotikum. Wann kriegt ein Patient ein Antibiotikum? Bei einer COPD-Exerzervation. Na ja, wie weist ein Keim nach? Ja, die BAL, wenn er nicht auf der Intensiv liegt und gezepappt wird, weil er so eine schwere COPD hat, der braucht wahrscheinlich sowieso ein Antibiotikum, weil er auf der Intensiv liegt. Sonst, ein Antibiogramm vom Sputum ist in 2-3 Tagen da, aber du hast immer irgendeinen Keim im Mund und da ist kein gescheites Sputum. Ja, Keim nachweis würde es nicht so sehen. Naja, aber wie willst du? Wir sind beim Keimnachweis. Wir können kein Keim nachweisen, sagen wir. Wer nach 5 Tagen noch immer nicht klinisch gebessert ist. Wenn er anfiebert, Fieber ist gut. Fieber ist immer gut natürlich. Wenn er Fieber hat, wäre es eine Möglichkeit, wir machen natürlich einen Lungenröntgen. Wir machen bei jedem COPD-Patienten einen Lungenröntgen, ob er nicht auch eine Pneumonie hat. Das ist eh ganz klar. Okay, aber Sputum. Wir fragen ihn, wie schaut die Sputum aus? Sputum Purulenz ist das Sputum mehr und ist es grüner? Antonisen-Kriterien oder Stockley-Kriteria? Gibt es zwei und im Endeffekt das Gleiche? Wenn das Sputum grün wird oder grüner ist, dann hat man Stockley 2 oder Antonisen-Kriterien erfüllt und dann wäre es eine Indikation für Antibiotikum. Warum ist das so? Der Herr Stockley hat eine Studie gemacht im Jahr 2000 circa und der hat gesagt, hat herausgefunden bei 130 Patienten circa hat er sich angeschaut das Sputum das Grün war und das Sputum das Weiß war. Beim grünen Sputum hat er gefunden 80 bis 90 Prozent Bakterien, beim weißlichen Sputum circa 30 Prozent. Und er hat gesagt, okay, grüner Sputum ist gleich bakterielle Infektion. So, wir fragen den Patienten, husten sie anders oder mehr rauf als sonst. Wenn die sagen, ja, das ist mehr, das ist zähflüssiger, das ist dünkler, könnte man jemanden geben, okay? Die Gold-Guidelines sagen sogar, jeder Patient mit vermehrtem Sputum, grünlichem Sputum muss ein Antibiotikum kriegen. Jeder hospitalisierte Patient kriegt ein Antibiotikum. Das würde ich nicht so sehen. Wir in Österreich haben sehr viele Betten, wir nehmen viele Patienten auf, im anglo-amerikanischen Raum sind Betten Mangelware, da werden wirklich nur härtere Fälle aufgenommen. Das heißt, da braucht wirklich jeder exerzipierte ein Antibiotikum, bei uns nicht. Ich mache es abhängig vom Sputum, vom Stockli und von den Entzündungszeichen. Der mit dem 12 Leukas und 40 CRB, ich würde ihm wahrscheinlich mal eher kein Antibiotikum geben und schauen, wie es ihm so geht. Bitte? Kommt darauf an. Den Patienten muss man aufnehmen. Kommt darauf an, wie es ihm geht. Okay? Ich kann auch probieren, initial in der Notaufnahme, kann ich ihn inhalieren lassen, ihm 50 Prädensolon spritzen lassen und schauen, wie es ihm geht. Wenn es ihm wirklich rapide besser geht, kann ich ihn heimschicken und er soll halt in zwei Tagen zur Kontrolle kommen oder soll halt wirklich, wenn es ihm wieder schlechter geht, nochmal kommen. Der braucht nicht zwangsläufig aufgenommen werden. Mit 70 kann man vielleicht argumentieren, aber muss nicht zwangsläufig sein. Hängt davon ab. So. Wer rauchen gehen kann? Genau. Wenn er rausgehen kann rauchen, ist er nicht so krank. Gut. Es ist oft so. Gut. Was nehmen wir für Antibiotikum? Das ist leider schon kurz eingeblendet. Was nehmen wir für Antibiotikum? Wir müssen wieder erinnern, was deckt uns ab, den Haemophilus, den Pneumokokk und den Moraxella. Toxyzyklin zum Beispiel wirkt gegen diese Keime. Toxy ist super in diesem Kontext. Amoxiclav wäre eine Möglichkeit, beide zum Schlucken möglich. Zephuroxin halt nur nur IV, nicht oral. Acetromycin würde auch gehen. Okay. Aber wie gesagt, Makrolide ist schlecht wirksam bei Haemophilus. Acetromycin ist das, was nach dem Besten wirkt. Ja, kann man theoretisch geben, ein Lebofluxazin. Aber Kinolone plus Glucocorticoide erhöht das Risiko für Sehnerrupturen. Würde ich nicht so gern geben. Bin ich kein Fan davon. Man könnte aber auch ein Lebo geben. Okay. Aber ist über das Ziel hinaus geschossen, finde ich. Und Toxy ist verdammt gut verträglich eigentlich. Gut. Makrolide im Schnelldurchlauf. Makrolide sind bakteriostatisch. Roxetromycin, Acetromycin, Claritromycin, Erythromycin. Okay. Erythromycin gibt man nicht mehr. Ist nur mein Prokinetikum. Claritro, weiß ich nicht, braucht aus meiner Perspektive kein Mensch, außer wer zum Helicobacter erradizieren. Roxetro kann man geben. Okay. Acetro ist halt das beste Makrolides meiner Perspektive. Iosa und Spira gibt man bei Schwangeren. Ja. Teletromycin gibt es nicht mehr am Markt. Spakteriostatisch. Die werden bilier eliminiert. Ist klar, darum muss man auch über die Niere anpassen. Wird auch ein bisschen renal eliminiert. Die wirken aber nicht gegen die klassischen Harnwegskeime, gegen E. coli und Konsorten in Klebsiella wirken die nicht. Die haben ein riesiges Verteilungsvolumen und hat Acetromycin das größte Verteilungsvolumen von allen Antibiotika. 30 Liter pro Kilo. Das reichert sich ums Hundertfache mehr in den Neutrophilen an. Okay. Die Neutrophilen sind beladen mit dem Antibiotikum. Das Antibiotikum der Neutrophile wandert zum Ort des Geschehens und lässt dort quasi das Acetromycin frei, wenn er abstirbt. Das heißt, das Acetromycin ist der Sprengstoff und der Neutrophile ist der Selbstmordattentäter, der mit dem zum Ort des Geschehens läuft. Das Blöde ist, angeblich werden die nicht mehr dümmlich, die Neutrophilen, wenn sie mit dem Acetromycin beladen sind. Zweitgrößtes Verteilungsvolumen hat das Tigezyklin mit 7 bis 9 Liter pro Kilo. Dann kommt lange nichts. Gut, hat auch eine lange Halbwertszeit, 40 bis 70 Stunden. Die sind schlecht oral bioverfügbar, alle. Am besten ist noch das Roxythromycin. Sehr, sehr breit wirksam, wir merken uns bei Makroiden, wir merken uns prinzipiell als Therapie. Beta-Lagdarm first, geht das Beta-Lagdarm nicht, geben wir entweder ein Makrolyt oder ein Tetalzyklin oder ein Kinolon. Das sind die Klassiker. Die anderen, statt der Serbian-Antibiotika braucht es ihr in den meisten Fällen nicht. Außer für mich ist Metronidazol bei Anaerobien-Infektionen. Gut, die wirken gut, wirken im Gramm-Positiven Bereich, wirken auch in Anaerobien, wirken, vor allem sind sie einsetzbar, die Makrolyde, bei Atemwegsinfektionen, Lungenentzündung, Bronchitis, Otitis, Sinusitis, Oberatemwegsinfektionen, und der Wildpneumonie, sind gut bei Geschlechtskrankheiten, bei der Gonorrhoe, Gonokokken, wir kriegen ja Zeftriaxon plus Acetromycin oder Chlamydien gibt man auch Acetromycin, Mykoplasmen auch Acetromycin, also Acetromycin ist eigentlich das wichtigste Makrolyt. Man gibt auch bei atypischen Mykobakterien gibt man auch Makrolyde, da gibt man meistens das klare Trauer war. Bei H. Pylori-Eradikation, wie eradiziert man H. Pylori heutzutage? Was ist Triple-Therapie? Ja, das war einmal. Und wie viele Tage? Es gibt immer wieder neue Schemata, mittlerweile, es variiert immer ein bisschen, mittlerweile ist es so, du machst Amoxicillin plus Metronidazol plus Claritromycin oder Claritro kann man auswechseln durch Levofloxazin für 10 bis 14 Tage. Okay? Erst wenn du nachgewiesen hast, wenn der Keim sensibel ist, wenn du es in der Kultur hast, kannst du die Triple-Therapie machen mit zwei Antibiotika und einem PPI. Okay? Dann gibt es auch noch das Pylera, ein neues Medikament, wo man Metronidazol, ein Tetanzyklin und Bissmut zusammen hat. Gibt es auch. Okay, gibt es viele Möglichkeiten. Aber man tendiert dazu, dass man drei Antibiotika nimmt und nicht mehr zwei Antibiotika. Okay? PPI schon, PPI immer, das ist die Basis bei dem. Das ist wichtig. PPI ist eine eigentliche Substanz, die nicht so viele Leute brauchen, die man oft absetzen kann, aber in dem Kontext braucht man schon PPI. Gut, atypische Pneumonie, haben wir gleich besprochen, atypisch, typisch heute. Gut, beim Typhus abdominalis geht das Acetromycin auch ziemlich gut. Hat gute Daten, gibt man aber mehr, gibt man jeden Tag einen Gramm. Bei der Diarrhoe, es wirkt, das Acetromycin wirkt nämlich auch gegen Skigellen und gegen Salmonellen. Okay? Hat halt ein bisschen höhere MAKs, aber wirkt trotzdem. und kann man als Reiseantibiotikum, bei Reisediroe, durchaus mitgeben. Hat eine gute Bührfügbarkeit, ist prima im Darm drinnen, wirkt gut gegen Campylobacter, gegen Skigellen kann es wirken, gegen Salmonellen, auch gegen einen Typhus. Also das ist durchaus ein Präparat, das man mitnehmen kann. Okay? Gut. Und auch bei Hautinfektionen wirkt es auch, als bei Patienten, die eine Pädicillinallergie haben. Beim Erycipel zum Beispiel, Rezidivierenden, kann man eine Prophylaxe geben mit einem Makrolit dann. Das werden wir heute noch besprechen. Gut. Nebenwirkungen sind, eigentlich sind die gut verträglich, die machen gastrointestinale Nebenwirkungen, vor allem das Erythromycin, weil es ein Makrolit, weil es ein Motilinrezeptor, ein Agonist ist und deshalb zu vermehrter Darmmotilität führt. Es macht Kopfschmerzen, Schwindel, Blablabla, Long QT kann es machen, Transaminasen kann es erhöhen, natürlich, und Erythron, Klarithros sind ZYP3A4-Substrate. Okay? Das kann man dann natürlich kognitiv gleich wieder abbiegen in die ZYP3A4-Schiene und Sie durchdenken, welche Antibiotika und welche Medikamente noch alle über ZYP3A4 laufen. Das lassen wir jetzt aber. Okay? Das Klarithromycin, macht auch noch metallischen Geschmack. Gut, Makrolide im Schnelldurchlauf. Makrolide heißt es immer, die sind so kardiotoxisch, machen Long QT, da haben Leute Angst davor. So, ist es jetzt ein Problem? Die Short Term Cardiovascular Mortality von Makroliden ist de facto nicht vorhanden. Das Kastl ist da, keine signifikante Erhöhung. Es ist ein Slightly Increased Risk for Myocardial Infarction machen Makrolide. Slightly. Und wenn man sich anschaut, welche sind das? Dann sind das Klarithromycin und Erythromycin, aber nicht Acetromycin. Okay? Acetromycin ist das, ist mein Lieblings Makrolid. Okay? Roxitro schreibe ich halt nie auf, das brauche ich irgendwie nicht, Erythro brauche ich schon gar nicht und Klarithro erst recht nicht. Okay? Klarithromycin, weiß ich nicht, braucht man nicht. Acetromycin ist das Beste. Klarithro muss man auch zweimal täglich geben, auch schon wieder blöd. Ich mag keine Präparate, die man zweimal am Tag geben muss. Gut, bei Betterlack damit muss man dreimal am Tag geben und die gibt es dann nur kurzfristig. Okay, aber trotzdem bin ich eh ein Freund von Einmalgabe. Ja? Okay. 500 ist Acetro oral. Acetro ist immer gleich. 500 IV oder 500 oral. Kommt halt nicht alles an, wenn man es oral nimmt. Das ist blöd. Gut. Nächstes Fallbeispiel. Also kurz zusammengefasst, Patient mit COPD, Glucocorticoide für 5 Tage, 50 Milligramm, Prednisolon für 5 Tage, 5 ist drinnen, inhalieren lassen, Antibiotikum nur bei purulentem Sputum und dann auch eher 5 Tage antibiotisch therapieren. Okay? Wie ist die Videnz von Antibiotika bei der COPD-Exerzervation? Es gibt einen Cochrane-Review aus dem Jahr 2006, der hat 1000 Leute drinnen und der hat in der Conclusion drinnen, dass die Short-Term Mortality durch Antibiotika bei COPD-Patienten, Exerzervation, reduziert wird, mit einer Number-Need-to-Treat von 8 bis 10. Das ist verdammt gut. 2012 kam dasselbe Review raus, selber Name, jetzt sind plötzlich 2000 Leute drinnen, da steht nichts mehr davon da. Das heißt, die Datenlage, dass Antibiotika, das Überleben verbessern bei der COPD-Exerzervation ist nicht gegeben. Okay? Dann steht drin, bei Intensivpatienten ist es schon wieder da, aber da muss man sagen, es sind die Daten auch wieder sehr schwach, sehr wenige Leute drin gewesen. Aber trotzdem, wer Fieber hat, wer prämoniert natürlich sowieso oder wer wirklich stark prämoniertes Sputum hat, dem kann man Chance geben. Gut, nächster Fall. 85-jährige Dame, Fieber, sie hat gerötetes linkes Bein, seit ein paar Tagen, sie hat Vorflimmer, Bluthochdruck, chronische Niere B, chronische Niere B heißt GFR 30 bis 45, Herzinsuffizient ist sie, also klassisch österreichisch, oder klassisch westlich, okay, die klassisch westliche multimorbide ältere Dame. Statuspost, RSIP am rechten Beinertes gehabt, sie hat der Hüfttab auch schon mal gehabt, sie hat jetzt Leukos 16, 160 CAP und Allergie auf Levo und sie nimmt viele, viele Medis, unter anderem Fembrokomon. Was machen wir? Was machen wir? Okay, Diagnose ist einmal RSIP-L, okay, das ist ganz einfach. Rot, scharf begrenzt, RSIP-L. Was sind Differenzialdiagnosen? Die Phlegmone, die ein bisschen tiefer geht, die Amerikaner subsummieren das unter Cellulitis, die sagen, eine RSIP-L und eine und Phlegmone ist für die Cellulitis zusammengefasst, okay, wir differenzieren zwischen hoch und tiefliegend. Was sind die Erreger von Amerisipil? Streptococcus pyogenes, okay, Streptococcus pyogenes oder es kann natürlich auch das Daff sein. Das Daffylococcus aureus ist aber dann primär, wenn ich eine Eintrittspforte habe, okay. Die Frage, muss man abdecken oder nicht abdecken? Gut, Penicillin G, das hat der Kollege schon gesagt. Welche Dosierung? Ja, wie viel? Ein Gramm viel zu wenig. Da gibt es dann wieder dreimal drei Gramm oder dreimal sechs Gramm. Das wären dreimal fünf Millionen oder dreimal zehn Millionen besser, wenn viermal fünf Millionen, von der Pharmakokinetik rein theoretisch her, die Amerikaner geben sogar alle vier Stunden. Das macht bei uns halt niemand und muss man wahrscheinlich auch nicht. Eine Million Einheiten sind 0,6 Gramm. Wir geben hier Penicillin, würde ich auch machen. So, Erysipel, meistens Pyogenes oder es ist das Daph Aureus. Penicillin G kann man geben, drei bis viermal am Tag, wie schon gesagt. Man kann alternativ geben, wenn man den Daph mit abdecken will, ein Zephazolin, dreimal zwei Gramm und dann Oralisin auf Zephalexin. Okay, dreimal ein bis dreimal zwei Gramm. Zephalexin ist eine Bioverfügbarkeit von 90%. Das ist ein super Präparat zum Oral geben als Zephalosporin Oral. Die Therapiedauer sind zehn Tage und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich zeige nachher eine Studie dazu, die hat versucht, das kürzer zu machen. Gut, aufpassen in gewissen Regionen, okay. Also am Bein ohne Eintrittspforte, ohne großen Ulkus oder Eintrittspforte würde ich auf jeden Fall nur Penicillin G geben. Hat eine Eintrittspforte würde ich ein Staff abdecken. In sensiblen Regionen wie im Gesicht würde ich auch den Staff mit abdecken. Okay, da will man sich nichts verscherzen im Gesicht. Außer wenn du eine Thrombose hast im Gesicht, ist auch nicht so leibernd durch die Abflussstauung. In der Leiste, Erisipil in der Leiste oder so Hautinfektion und in der Leiste muss man auch die Gram-Negative mit abdecken. Da ist schon dann das Amoxiclav wieder ein Kandidat. Gram-Negative Anaerobia mit abdecken. Tierbisse, nicht oberflächliche Grazer, gescheite Bisse auch Anaerobia mit abdecken. Amoxiclav. Okay, Kapnozytophaga Carnimorsus, das ist der Hundekeim, sitzt im Mund vom Hund, beißt rein, den muss man abdecken. Okay, gut, rezidivierendes Erisipil ist eine Person, die circa drei oder viermal im Jahr ein Erisipil hat. Muss nicht immer dieselbe Seite sein, ist aber oft so. Wer einmal ein Erisipil hatte, hat ein erhöhtes Risiko für noch mehr Erisipile. Das ist wie beim Kapitalismus. Wer reich ist und Geld hat, da kommt noch mehr Geld hin. Beim Kranken ist es so, wer eine Krankheit hat, da kommen noch mehr Krankheiten hin. Okay, ist leider blöd, da ist besser, man ist der Reiche, aber das ist halt leider nicht immer so. So, Rezidivierendes Erisipil, Therapie dauert länger, Wochen, Monate und oder auch eine Rezidivprophylaxe. Okay, Rezidivprophylaxe, Daten gibt es zum Erythromycin, man kann es aber auch mit anderen Makrolinen machen. Klindermycin, auch eine Möglichkeit, super Präparat, gegen welche Keime wirkt denn Klindermycin? Es wirkt gut im positiven Bereich und im negativen Bereich wirkt es nur gegen die Anaerobia. Es ist ein Anaerobia-Präparat, kann man auch beim Lungenabszess geben zum Beispiel. Lungenabszesse sind ja auch Anaerobia dabei immer, Mischinfektion, wie der Aspirationspneumonie. Nebenwirkungen, ist es bakterostatisch, hemmt auch die Proteinsynthese, gibt es Kreuzresistenzen mit den Makroliden, da wird die Bindungsstelle methyliert, dann kann es den Merkscheit binden. Was macht es für Nebenwirkungen? Genau, es macht Clostridien. Clostridien, Bilirubin-Anstieg, Transaminasen-Anstieg, Juckreiz, verschiedene Sachen kann es machen, aber die Clostridien sind das häufig, oder die Antibiotika assoziierte Diarrhoe, 2 bis 20% und ein Teil davon werden Clostridien. Gut, so, Abszesse, Abszesse, Aureus A, steckt ja schon drinnen, Abszesse beim jungen, gesunden Mann oder Menschen, Mann, Frau, würden wir chirurgisch therapieren, muss man nicht zwangsläufig antibiotisch machen. Staphylococcus Penicilline, Flugloxacillin oder Cefalexin oder Cefazolin oder ein Clindamycin, je nachdem. Okay? Man könnte auch beim MRSA Abszess vom Staff kann man auch geben, ein Linienzolid natürlich, ein Wanko ist ein bisschen übertrieben vielleicht, geht ein bisschen blöd wegen der IV-Gabe, ein Linienkamoral geben oder ein Cotrimoxazol. Cotrimoxazol, super Präparat, kann man auch ein MRSA geben. Wann geben wir jetzt aber ein Antibiotikum, wenn jemand einen Abszess hat? Bei systemischen Infektionszeichen. Genau. Bei Fieber, hohem CRP, hohen Leukos. Okay? Oder? Ja, wenn er mehrere, wenn er intraabdominell irgendwas hat, natürlich dann schon einen Tiefenabszess auch, den du nicht gescheit spalten kannst oder trainieren kannst, oder beim immunsupprimierten Menschen natürlich, okay? Oder an heiklen Stellen in der Leiste würde ich dazugeben, im Gesicht sowieso, würde ich auch Antibiotikum dazugeben. Auf jeden Fall bei systemischen Zeichen. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass man auch bei kleinen Abszessen, wenn man die operiert, wenn man Cotrimoxazol dazugibt, dass es besseren Outcome gibt. Okay? Wie kann man machen? Muss man aber nicht. So. Ja? Ja? Der Kollege fragt, was macht der Makumar oder Fembrokumon plus Antibiotikum wegen der Gerinnung? Stellt das um auf der Doag. Kann man machen, aber wahrscheinlich wird man eher die Gerinnung monitieren. Du machst halt Gerinnungsmonitoring und adaptierst die Makumardosis an die Therapie, die sich fix ändern wird. 100%ig brauchst du eine Art, 100%ig, sagen wir in über 99% der Fälle musst du es adaptieren, weil das Antibiotikum die Fembrokumon-Wirkung durcheinander bringt. Das ist immer so. Langfristig, da ist die Frage natürlich, wieso braucht die 85-jährige Frau überhaupt der Fembrokumon? Ist die mobil? Ist die eher bettlägerig? Was ist die Ursache, dass sie das nimmt überhaupt? Achso, bei der ist Vorauflimmer. Aber die Frage ist natürlich, vorflimmert sie die ganze Zeit? Hat sie einmal vor 20 Jahren eine Vorauflimmer-Episode gehabt? Ist es paroxysmal? Ist es permanent? Ist es persistierend? Weil die, die paroxysmal ist, haben ein höheres Risiko für einen Insult. Diejenigen, die es nicht haben, die kontinuierlich flimmern, haben wir schon ein bisschen weniger Risiko für einen Insult. Muss man sich alles anschauen. Ist sie sturzgefährdet? Stürzt sie die ganze Zeit? Dann braucht sie vielleicht, ist es vielleicht sogar schlecht, dass sie antikalkuliert ist. Muss man immer abwiegen. Es gibt für jedes Medikament ein therapeutisches Fenster. Manche Medikamente sind sinnvoll, ab einem gewissen Zeitpunkt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber man ist irgendwann draußen aus dem therapeutischen Fenster. Ein sturzgefährdeter alter Mensch, da ist die Antikoagulation gefährlicher als das Vorflimmern. Okay? Das muss man sich auch bei der Leberzirrhose immer überlegen. Was braucht er für Medikamente überhaupt? Braucht er noch einen Petablocker, wenn der Druck unter 90 ist die ganze Zeit? Es gibt für alles ein therapeutisches Fenster. Braucht die 90-jährige, alte, bettlägerige Patientin noch ein Statin? Bringt das überhaupt noch was? Muss man sich überlegen. Gut. Zephazolin versus Antistaphylococcan-Penicillin sieht man, dass Zephazolin sowohl bei der Nephrotoxizität als auch bei der Hepatotoxizität besser abschneidet. Wir mögen Zephazolin lieber. Okay? Dance Trial gehört letztes Mal dieses Jahr beim ECMIT. Das ist der Europäische Kongress für Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Ganz cool eigentlich. Aber ein bisschen Mikrobiologie-lastig. Ja, ist halt leider so. Gut, da gibt es das Dance Trial und die haben sogar ein Logo entworfen für ein Trial. Das ist ja ganz, ganz modern sind die dort. Das ist in Holland ist das gelaufen. Die haben Folgendes gemacht. Die haben sich angeschaut, sechs versus zwölf Tage Therapie. Die haben gegeben Flugluxacilin, zuerst IV und dann auf oral umgestellt. Okay? Wollten schauen, the shorter is better, ob die kurze Therapie genauso gut ist wie die lange Therapie. Wir haben gesagt, zehn Tage muss man aus Therapie in das RSIP. Was haben sie herausgefunden? Primary Outcome war die Cure Rate am Tag 14 und kein Relapse nach 28 Tagen. 71 versus 76 Prozent. Das heißt, gleich effizient. Es gibt auch eine andere Studie mit Levofloxacin, die haben Ähnliches gemacht, die haben Leute therapiert, mit Levofloxacin beim RSIP, weil es zum Schlucken ist, nur einmal täglich und nach fünf Tagen haben sie geschaut, die, die besser geworden sind, haben sie dann randomisiert in Levofloxacin weiter und in Placebo. Hat sich auch gezeigt, nach 28 Tagen gibt es keinen Unterschied, aber kleine, kleine Subgruppenanalyse. Die Studie ist sowieso sehr, sehr klein. Hat sich gezeigt, bei der kleinen Subgruppenanalyse, die Leute, die man verfolgt hat für 90 Tage, dass diejenigen in der Sechstagegruppe häufiger ein Relapse hatten, also weniger Leute ohne Relapse, without Relapse waren, als die in der 12-3-Gruppe. Das heißt, kurzfristig ist die Gabe, kurzfristig die Short-Term-Treatment wahrscheinlich gleich gut, langfristig weiß man es noch nicht, gibt Indizien, dass es eher noch nicht so gut ist. Wahrscheinlich muss man das RSIP doch eher zehn Tage behandeln. Gut, nächstes Beispiel. Wir haben einen Mann, 34-jähriger Mann mit Tonsillitis. Er hat Pen-V bekommen, Pen-V, endlich mal kein Amoxiclav, hat es mir mitgedacht, schmal Spektrum, dreimal 1,5 Gramm und Ibuprofen kriegt er dreimal 400, weil er Schmerzen hat. Okay? Am Tag sieben hat er plötzlich extreme Bauchschmerzen, starken Durchfall, teilweise blutig, vielleicht hätte er Hämorrhoiden, wissen wir nicht, circa 8 bis 10 pro Tag, fraglich subfibril. Was hat er, was machen wir? Ja? Kollege, denke gut, finde ich gut, mit dem Ibuprofen natürlich. Es gibt Leute, die reagieren auf diesen Dosen schon, natürlich. Aber blutige Durchfälle passen nicht so ganz zum Ulkus. Man kann einen Beiß haben, er kann einen Durchfall haben und oben rein bluten, auch möglich. Oder er kann irgendwo eine Darmerblutung haben, er könnte jetzt auch, er könnte einen ersten Schub auch haben von einer Colitis ulcerosa, die er vorher noch nie gehabt hat, natürlich, natürlich. Ein Kollege sagt, Clostridien, ist es der Clostridien-Patient, der klassische? Nein, der klassische Clostridien-Patient ist alt. Alt und multimorbid oder jünger und immunsupprimiert. Der ist keines von beiden. Das heißt, der wird wahrscheinlich haben, eine hämoragisch-segmentale Colitis ausgelöst durch klebsieller Oxytoka. Okay? Und warum ist das so? Weil, ihr habt es extra gemacht, weil alle an die Clostridien denken und das ist einfach, ich finde es halt cool, die Grazer haben den herausgefunden, dass der das machen kann. Penicillin haben die klebsiellen Lücke. Ich schieße alles ab, der Klebsieller bleibt über. Junger Mann mit Penicillin plus NSR erhöhtes Risiko, das sind die klassischen Patienten für einen Klebsieller Oxytoka. Antibiotikum absetzen, hört von alleine wieder auf. Okay? Was haben wir jetzt? 77-jährige Frau, Status Post-Pneumonie, KAP vor drei Wochen, Therapie mit Zephterexon für 14 Tage. Seit zwei Tagen hat sie extreme, stark übel riechende Diarrhoe und Bauchschmerzen. Sie hat keinen Blut im Stuhl, ausgeprägte Leukozytose hat sie und sie hat eine Hypoalbuminämie. Was hat die liebe Dame? Und was macht man mit ihr? Na, jetzt ruft sie es raus. Jetzt hat es Clostridien. Die hat Clostridien, genau. Wie diagnostiziert man Clostridien? Anamnestisch passt das schon mal. Dritt-Generation Zephalosporin, vor allem Zephterexon, Zephterexon, keine ungetauscht, Zephterexon, weil das abilieär eliminiert wird teilweise. Okay? Wie diagnostiziert man jetzt eine Clostridien-Infektion? Bitte? Genau, Toxin-Nachweis im Stuhl. Wenn jetzt der Clostridium die Fizzle-Assoziierte Diarytherapie und die Stühle sind normal nach einer gewissen Zeit, muss ich nachverfolgen? Muss ich nochmal einen Test machen auf Clostridien? Nein, muss man nicht. Okay, ist wie bei der Pneumonie. Wenn es gut ist, ist gut, brauchen wir nicht nachtesten. Irgendwer hat aufgezeigt. Nein, alle. Erstens Zephterexon wird zu einem bis zu 20% bilier eliminiert. Das ist der eine Punkt. Andererseits kommt jedes Antibiotikum IV auch in den Darm ein bisschen, weil der Darm ist ja perfundiert. Okay, der ist ja durchblutet. Und dann diffundiert er ein bisschen was vom Antibiotikum in den Darm hinein und wirkt dann auf die Flora. Natürlich, orale Antibiotika, die nicht aufgenommen werden, die wirken halt stärker im Darm als welche, die IV sind. Ja? Ja, kannst du da klebselen, kannst du wahrscheinlich mit einer Kultur, kann man es machen oder an amnestisch, setzt man ab und schaut, was passiert. Wahrscheinlich würde man vielleicht auch einen Meter in der Zoll dazugeben, aber kann man sich einfach so absetzen und wird nichts sein. Ein junger Mann, was soll es sein? Naja. Gut. Diagnose. Haben wir Verdacht auf Clostridien? Sagen wir, wir haben es Diagnose. diagnostiziert. Wer aufgenommen ist, der Patient, die Patientin natürlich, ist wirklich wichtig in dem Fall, isoliert es die Patientin? Ganz, ganz wichtig. Bei Clostridien-Patienten, wenn man mit ihnen interagiert, sie angreift, untersucht, nachher Händewaschen mit Seife, weil Clostridien sind Sporenbildner und die Sporen werden durch die Seife kaputt, aber nicht durch ein Desinfektionsmittel. So, wie therapieren wir die liebe Dame jetzt? Ihr habt Metronazole schon gehört und der Kollege sagt Wanko. So, prinzipiell einmal, der Antibiotik assoziiert Diarrhoe, kann immer auftreten, bei dem Antibiotikum, von Bissl-Diarrhoe bis hin zu pseudomembranösen Enterocolitis. Clostridium difficile macht das sehr, sehr gerne, hat eine sehr hohe Rezendivrate, 25 bis 30 Prozent, haben wir schon wieder, weil einmal der RSP-Leute hat immer wieder eines, weil einmal Clostridium hat, hat ein Risiko für noch mehr Clostridien. Krankheitskapitalismus. Wir weisen die Toxine nach. So, Therapie, also welche Antibiotika machen das vor allem häufig? Wir, die Antibiotika mit C. Es ist Klindamycin, es sind die Cephalosporine, es sind die Kinolone und es ist das Coamoxiclav, also das Amoxicillin-Klavulansäure. Das sind die Hauptkandidaten, die das machen. Die C-Antibiotika machen eine Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe. Okay, aber alle können das machen, alle. So, Therapie dauert es 10 Tage. Womit? Metrindazol, 500 Milligramm, dreimal täglich für 10 Tage. Die europäischen Empfehlungen haben es noch drinnen, sind dieses Jahr rausgekommen, 2018. Die amerikanischen Empfehlungen, selbes Jahr rausgekommen, die sind weg vom Metrindazol. Die geben das nicht mehr. Die europäischen sagen, milde Verläufe Metro oder Wanko oder Fidaxopios. Schwer auf jeden Fall Wanko. 4x250, 4x125, aber wenn dann gescheit. Immer reinfahren, gescheit dosieren. Problem Unterdosierung, immer gescheit dosieren. Wanko, 4x250 Milligramm zum Schlucken, kann nichts sein, weil, wie ist die orale Bioverwägbarkeit von Glykopeptiden? 0%. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn der ein entzündetes Kolon hat, vielleicht ist doch ein bisschen was ihm da, ist dann doch die Bioverwägbarkeit ein bisschen da, weil das ist ja entzunden dort, da blutet es, da habe ich einen Austausch. Ja, wahrscheinlich ist es auch so, aber die sind vernachlässigbar, diese Spiegel. Okay, die ganzen Kinetikstudien sind ja an gesunden, jungen Männern durchgeführt. Frauen sind ja nicht so blöd und lassen sie für Kinetikstudien zur Verfügung stellen. Das machen ja nur die jungen Medizinstudenten. Und bei Frauen trauen sich die Pharmafirmen auch nicht so, weil die könnten ja schwanger sein und nichts davon wissen und traut sich keiner gescheit Studien machen. Also bei jungen, gesunden Männern hat es eine orale Bioverwägbarkeit von 0. Bei kranken, alten, Clostridium-Menschen weiß man das nicht genau, aber wahrscheinlich auch eher 0. So, das kann man geben, da gibt es Kapseln, die sind sauteuer oder man kann einfach die IV-Formulierung wie in Stamperl trinken lassen. Steht bei einem Patienten die Stamperl hin und freut er sich, eh, geil, Stamperl trinken und das hilft. Oder man gibt ihm das Phytaxomycin, Handelsname Tiffy Clear, zweimal 200 Milligramm per O. Was ist der Vorteil an dem Präparat? Das ist super toll, weil es hemmt die Sporulation und die Toxinfreisetzung. Und es hat im Vergleich zu anderen Präparaten, Metro oder Vanko, reduziert es, und ich vergleiche es zu Placebo, reduziert es die Rezidivhäufigkeit von 25 auf 15%. Number needed to treat von 10. Das ist super. Okay, ganzen Herz-Kreislauf-Pharmaka haben wir NNT meistens 50 bis 70, 80. Okay, Statine sind bei Ausnahmes und meistens besser, oder auch manche sind bei 20, aber 10 ist super. Herz-Kreislauf-Menschen würden sich freuen über NNT von 10. Die freuen sich die Haxen aus, bei sowas. Gut, Infektiologie ist halt geil, weil wir haben bessere NNTs. Und es ist auch spannender. Gut, bei schweren Verläufen Wanko oder Fidaxo, beim Rezidiv sowieso Wanko oder Fidaxo. Die Amerikaner sind weg vom Metrinazol. Warum sind die weg vom Metrinazol? Es gibt Analysen, es gibt Netzwerkanalysen. In einer Netzwerkanalyse kann man Folgendes machen, man kann Präparate Head-to-Head vergleichen, die bis jetzt noch nicht Head-to-Head verglichen wurden, weil es die Studien einfach nicht gibt. Und da zeigt sich, Metrinazol ist da unten. Das ist ganz, ganz unten. Das ist eigentlich kein sehr gut wirksames Präparat. Das Metrinazol hat eine Bierfügbarkeit von fast 100%. Ich gebe das oral und das kommt fast überall an im Körper. Was sind denn Nebenwirkungen von Metrinazol überhaupt? Schwarze Lackzunge, habe ich noch nie gesehen, aber gibt es, beschrieben, ja. Anthropussyndrom, Alkoholunverträglichkeit, steht in der Packungsbeilage, in der Literatur finden wir fast keine Fälle, ganz, ganz wenige nur. Nalongotimans nicht. Metallischer Geschmack, ja. Nein, Alkoholunzutose macht es auch nicht. Das machen andere. Aber kann es wahrscheinlich auch machen. Aber ist nichts. Hm? Das kann es dabei. Metrinazol, Metrinazol, Metrinazol. Ja, kann schon sein. Jedes Medikament kann alles machen. Ja, Neuropathien kann es auch noch machen. Okay, Neuropathien. Und wogegen wirkt es? Gegen Anaerobia, aber auch gegen Gardnerella zum Beispiel, ist auch so ein Keim, ein Vaginalkeim oder ein Anaerobia halt. Dann wirkt es auch noch gegen Amöben, gegen Tschadien, also gegen so chronische Durchfallkeime. Okay, Tropendurchfall. Gut. Wanko ist hier. Besser. Fidaxo ist überhaupt gut. Sehr gute Daten. Da ist da, ob wir sogar Taikoplanin wäre am besten, aber da gibt es sehr wenige Studien und von dem her ist sicherlich Fidaxo und Wanko den Metrinazol zu präferieren. Und die Frage ist halt, ob wir das Metro wirklich noch brauchen oder ob man nicht gleich auf Wanko umsteigen könnte. Okay, die Europäer sagen, man kann das Metro noch geben, die Amerikaner nicht. Da gibt es ein paar andere Sachen, wie die Faximins, die Sorotomycin, die Infosidinshäure sind hier obsolet. Katozolid kommt vielleicht einmal. Das ist ein Abkömmling vom Lienetzolid. Ja? Warum haben wir die Studie? Warum haben wir die Studie? Weil die Studien nicht, es gibt zu wenig Studien. Das sind, beim Teichopliningen gibt es ganz wenige Studien, die sind klein und sind nicht immer random, sind nicht immer verblindet. Und eine Studie, die auch zitiert wird drinnen, die irgendwie den Hauptausschlag gibt, da muss man sagen, gute Studie, gutes Design, aber es sind Patienten, die eher jung sind und auf einer Hämatologie waren und wenn du einen jungen Immunsupprimierten, der hämato-onkologisch ist und der hat Clostridien und da kriegst du den Teichoplanin und der hat nachher weniger Rezidivraten, war es teilweise, ist Teichoplanin, aber wenn der seinen Krebs besiegt hat, ist er ein junger, gesunder Mensch und hat von dem her schon weniger Rezidivrisiko. Okay, da muss man immer auf die Population schauen, muss immer Studien reinlesen. Naja, die Frage ist immer, wer soll das finanzieren? Das Teichoplanin gibt es schon so lange, was hat die Teichoplanin-Firma davon, wenn es das macht? Wenn Wanker überall in den Studien ist, überall schon eingesetzt wird und wenn Fidaxo auch schon präsent ist. Das gibt für diesen Teichol ist generisch, das hat keinen Sinn für diese Firma. Gut, das ist ganz cool, die Antikörper sind angekommen in der Infektiologie, Bezlotoxumab, ein Antikörper gegen das Toxin B von Clostridien, gibt ja A- und B-Toxine und wir haben ja nicht viele Antikörper in der Infektiologie aus, das Bezlotoxumab und gegen RSV-Virus gibt es auch eines, Pavilizumab und es sind welche in der Pipeline auch wieder für Clostridien oder für ein Staff oder für Pseudomonas und was ist da Bezlotoxumab, was haben die gemacht? Die haben Folgendes gemacht, die haben die Leute State of the Art behandelt mit Metro oder Wanko, ein paar haben auch das Fidaxo bekommen und dann irgendwann am Tag 1 bis 5 oder später haben sie eine Infusion Bezlotoxumab bekommen. Kostet 3000 Euro diese Infusion. Und was zeigt sich? Bezlotoxumab ist kein Therapeutikum. Das reduziert die Rezidivrate. Okay, und die Rezidivrate von Bezlotoxumab wird reduziert über die gesamte Population mit einer absoluten Risikodifferenz von 10%. Das heißt, Nominee-to-Treat von 10. Wenn ich jetzt die Leute über 65 hernehme oder Leute mit Rezidiven, die schon welche hatten, habe ich sogar 16% Unterschied NNT von 7. 6 bis 7. Okay, das ist sehr, sehr gut. Wirkt halt nicht so gut beim Ribotyp 27, wirkt schon, aber haben wir keine Signifikanz. Ribotyp 27, wirkt das Fidaxo und wirkt ihn auch nicht so gut. Du hast es mal gehört, es gibt nämlich hochvirulente Typen auch vom Clostridium. Clostridium ist nicht gleich Clostridium. Gut, wurscht, wann was es gibt, es wirkt immer. Spetzlotoxumab. Aber teuer. Aber ist manchmal sicherlich eine Überlegung wert. So, jetzt haben wir noch zwei Krankheitsbilder und noch vier Fallbeispiele für die Krankheitsbilder. Wir haben jetzt eine Frau, wir sind wieder bei etwas weniger Revierenden, wir sind bei einer Frau, 25 Jahre, die hat keine Vorerkrankungen, sie hat ein Schnupfen seit fünf Tagen, vor allem morgens mit grünlich-gelbem Sekret. Sie hat leichte Kopfschmerzen und Druck im Gesicht, der aber von Überbeugen zunimmt. Kein Fieber, leichter Husten, Halsschmerzen hat sie. Was tun wir? Was hat sie? Wie therapieren wir sie? Was machen wir? Ein Kollege sagt Sinusitis. Okay, sind wir einverstanden damit? Wollen wir da eine Untersuchung haben? Ja, schauen wir rein, sie ist gerötete Rachenhinterwand, Tonsilien nicht mit Stippchen belegt. Noch was? Klopfen kann man noch, genau, Klopfschmerz über den Nasennebenhöhlen, ja. Will jemand eine Bildgebung machen? Nasennebenhöhlenröntgen? Nein, nicht state of the art, unnötig, bei der simplen Sinusitis. Kann man? Kann man nicht, muss man nicht, muss man überhaupt nicht. Würde ja nicht machen, bringt genau gar nichts. Gut, wie therapieren wir die Person jetzt? Wie differenzieren wir, ob das eine virale oder eine bakterielle Sinusitis ist? Kann man das überhaupt? Und wenn ja, wie? Differenzial Blutbild. Okay, Problem ist halt, wir sind beim Hausarzt oder beim HNO niedergelassen, wir haben kein Labor. Wir sind alle sehr auf Laborparameter getrimmt, okay? Wir denken in Laborparametern, wir können gar nicht anders, wir lernen das und im Krankenhaus ist immer alles verfügbar. Der Praktiker, der Hausarzt hat es ja wirklich schwer. Der hat kein Labor, der muss vieles klinisch machen. Und ich war jetzt in Avelino in Afrika besuchen, der ist das ganze Jahr dort, der kommt jetzt zurück im Dezember und der wird nächstes Jahr im Frühjahr hier einen Vortrag halten über seine Zeit in Kamerunich und ich war dort zweieinhalb Wochen und dort gibt es das alles nicht. Da gibt es kein gescheites Labor, da gibt es kein gescheites Röntgen, es gibt nur Röntgen, das geht auch nicht immer gut, es gibt nur Ultraschall, Hände, Ohren und man muss in jede Körperhöhle reinfahren, wo es nur geht, weil man einfach sonst nichts hat, außer seinen Status. Okay, die haben kein Labor, man muss klinisch arbeiten. Wir lernen zu wenig klinisch zu denken, wir lernen zu wenig in Differenzialdiagnosen zu denken. Muss man aktiv machen. Aber es ist leicht, das Sinusitis, aber was machen wir jetzt mit der Patientin, wie differenziert man jetzt viral versus bakteriell, weil viral braucht nichts und bakteriell braucht potenziell Antibiotikum. B-Symptomatik. Bei einer Sinusitis. Bitte? Ja, kann auch sein, das ist Farbe vom Sekret. Okay, kurz gesagt, es gibt kein Kriterium, das es hundertprozentig differenzieren kann. Was Indizien sind? Wenn es länger dauert als zehn Tage, wenn die Beschwerden zunehmen, wenn es mit höherem Fieber einhergeht, oder wenn es ein zweigipfeliger Verlauf ist, dann spricht es eher für was bakterielles. Okay, zweigipfeliger Verlauf, bakterielle Superinfektion, länger als zehn Tage, eher Verdacht für Bakterien, starkes Krankheitsgefühl, eher Verdacht Bakterien. Wenn es kürzer als zehn Tage dauert, eher ein Besserwerden begriffen ist, wenn es ein Mehretagenbefall ist, Ohrenweh, Halsweh, Schnupfen, Heiserkeit, eh her, viral. Eh her, nichts hundertprozentig. Gut, was machen wir mit der Patientin? Wir sagen, es ist viral. Was tun wir mit ihr? Flüssigkeit, ja? Bitte? Ja, irgendwas zum Schmerz, Schmerzmittel, Paracetamol, Ibuprofen, was auch immer. Ich mag Ibuprofen, sehr gerne, ich bin Ibuprofen, ist ein cooles Präparat. Gut, geben wir auch noch Nasentropfen, Nasenspray? Ja, abschwellen. First Line Treatment, abschwellende Nasentropfen, sie kann auch Dampf inhalieren, kann auch Sinopret nehmen, zeige ich nachher noch was dazu. Gut, nächstes Fallbeispiel, ein Mann, 33 Jahre, lauter gesunde Männer, aber es sind Leute, die zum Hausarzt gehen, wir wollen auch nicht nur die Krankenhausfälle machen, oder es sind auch Leute, die in die Notaufnahme kommen. Okay, solche Leute, wie die junge Dame, die kommt auch in die Notaufnahme. Ich habe auch Leute auf die Notaufnahme gehabt, die mit Halsschmerzen seit sechs Stunden kommen und wo 200 Milligramm Ibuprofen nicht geholfen haben. Na, wen wunders, das kann ja gar nicht helfen. Gut, 33-jähriger Mann, keine Vorerkrankungen, schnupfen seit zwölf Tagen, mit viel Sekret, grün-gelblich. Nach fünf Tagen waren die Beschwerden ein bisschen weniger, dann sind sie wiedergekommen, auch starke Kopfschmerzen hat er. Fieber weiß, er hat kein Thermometer zu Hause, er hat keinen Husten. Wieder Sinusitis, hier eher bakteriell, wegen einem zweigipfeligen Verlauf, der langen und der langen Dauer. Was machen wir bei dem? Ja, fahrt er von mir, 37-8. Na, der hat kein Thermometer und er hat auch keine Schmerzmittel zu Hause. Kennt es nicht aus, weiß nicht, was er nehmen kann. Wie therapieren wir ihn? Ja, finde ich gut. Selbe wie bei ihr, also symptomatisch, plus Nasenabschwellen, plus Inhalieren von mir aus, plus Sinoprett von mir aus, aber welches Antibiotikum geben wir ihn? Was sind die Erreger der bakteriellen Sinusitis? Haemophilus, Moraxella, Pneumokokken. Okay, klassische Atemwegskeime, es kann auch mal ein Stuff sein, es kann auch mal ein Enterokok sein, aber nicht Enterokok, ein Enterobakterium sein, okay, aber eher unüblich. Meist viral, in 90% der Fälle viral. Wenn es Bakterien sind, sind es die, okay, Pneumokokken, Haemophilus, Aureus, Pyogenes, Moraxella. Das sind die Klassiker, die machen das. Meistens Pneumokokken und Haemophilus. Es hat sich gezeigt natürlich, dass durch die Pneumokokkenimpfung gehen die Pneumokokkenpneumonien zurück und es gehen auch die, es geht auch die Pneumokokken-Sinusitis zurück, okay. Haemophilus kann man ja auch impfen. Gehen durch die Haemophilusimpfung, gehen da auch die Haemophilus-Pneumonien und Haemophilus-Exerzerpationen von der COPD zurück? Warum nicht? Nein, tun sie nicht, weil beim Haemophilus impft man Haemophilus B, der macht Meningitis bei Kindern und kleinen Kindern, die ist rückläufig, aber leider wirkt es nicht gegen diese Respirationskeime. Haemophilus gibt es ja urviele verschiedene und dort führt es zu keinem Rückgang. Gut. Wie therapieren wir jetzt? Natürlich aufpassen. Oder ontogene Sinusitis, wieder eine Mischinfektion, brauchen wir da Antidenkpräparate natürlich für Mischinfektionen. Amoxiclav würde ich hier sowieso machen, okay. Amoxiclav oder ein Toxazosin kann man geben oder ein Acetromycin kann man auch wieder geben. Unsere klassischen Keime. Genau. Diese akute Rhinosinusitis hat eine verdammt hohe Spontanremissionsrate. Spontanremissionsrate ist von ca. 80-90% in 7-14 Tagen. Das wird von alleine wieder gut. Otitis Media machen wir nachher noch. Spontanremissionsrate von 60% in 24 Stunden 85% in 4-7 Tagen. Okay. Harnwecksinfekt haben wir vorher schon gesagt. Wird von alleine wieder gut in 50% der Fälle in einer Woche. Verdammt hohe Spontanremissionsrate. Meistens muss man genau gar nichts machen. Außer eben symptomatisch. Abschweinende Nasentropfen. Irgendwas mit Zolin hinten. Nafa Zolin Xylometa Zolin Oxymeta Zolin Irgendwas mit Zolin hinten auf jeden Fall. Ein Alpha-1-Agonist. Halt nicht zu lang geben wegen dem Privinismus dann schwillt die Nase dann schwillt die Nase überhaupt nicht mehr ab. NSAR dazu Nasenspülung Darmfinillationen kann man geben Sinopred zeige ich nachher noch und Antibiotikum haben wir schon gesagt hochwertig Verdacht auf etwas bakterielles zweigipfeliger Verlauf hohes Fieber Immunsuppression natürlich ein Nierentransplantierter würde ich schon geben Immunmangel Syndrom okay das finde ich lustig die Empfehlungen sind bei chronischen Erkrankungen in der Atemwege was heißt das schon wieder heißt das jetzt es ist ein COPD-Patient der COPD-2 hat Risikogruppe A exerzipiert nie zählt er schon ist es der 4er COPD-Patient der dreimal im Winter im Krankenhaus ist wegen seiner Exerzipation Grad 4 Gruppe D ist es der Asthmatiker der nur ein ICS nimmt ist es der Asthmatiker der sogar ein Omalizumab nimmt was heißt das wahrscheinlich je chronisch kranker desto eher ich würde ich antibiotisch behandeln desto weniger krank desto eher würde ich Watch and Wait machen okay aber es ist immer so chronische Erkrankung der Atemwege das ist ja alles gut natürlich auch bei schweren Verlauf bei schweren Komplikationen bei Verdacht drauf extreme Gesichts- und Kopfschmerzen bei Gesichtsschwellung oder bei erhöhten Entzündungszeichen bei wirklich starken gut Sinupret ich bin ein Anhänger der evidenzbasierten Medizin und von alternativen Verfahren halte ich bekanntlich meistens nicht so viel Sinupret ist aber ein pflanzlicher Wirkstoff und Phytotherapie Pflanzen haben manchmal tatsächlich Wirkung viele von unseren Pharmakern stammen ja von Pflanzen ab nachgebaut oder wirklich daraus synthetisiert ist ja legitim passt ja auch und auch das Sinupret hat gibt es Daten Studien von der viralen akuten Rhinocytis das sieht man eben am Tag 10 die Placebo-Gruppe hat 80% healed or improved und die Sinupret-Gruppe 90% Nambony-to-Treat von 10 beim Tag 14 hört sich schon wieder ein bisschen auf da haben wir eben 8% Differenz Nambony-to-Treat von 12 bis 13 Aber kann man durchaus geben, weil man schneller einen Effekt hat. Man hat dem Patienten was verschrieben, er freut sich, man ist auf der Bio-Welle oben, weil man hat etwas Biologisches, Pflanzliches gegeben und ich als Anhänger der evidenzbasierten Medizin könnte es auch für mich vertreten, weil es hat ja Evidenz. Die Symptome werden besser, es sind sechs oder sieben Kräuter da drinnen, wie die genau pharmakodynamisch wirken, kann ich dir nicht sagen, aber sie machen laut der Studie, laut den Studien, sind ja zwei zusammengeworfen, eine Symptomverbesserung schneller. Mucolytico-Mazetyl-Systeme in Kammer geben, muss man nicht geben, wie gut das wirkt, das muss man meistens höher dosieren, das Acetyl-System ist ja sowas, 600 Milligramm ist meistens Standard-Dosierung, eigentlich müsste man es höher dosieren, dass es gescheit mucolytisch wirkt. Kann man geben, aber da reicht es oft, gar nichts machen, okay, Hand auflegen. Aber das ist auch gut. Oder man geht zu irgendeinem komischen Wunderheiler, der noch in die Menge schaut. Oral. Na, oral. Einfach so Kapseln, Tabletten, weiß ich gar nicht. Gibt es auch so ein Präparat für die Cystitis, gibt es sowas auch. Das gefällt mir die Studie nicht so gut, der Endpunkt ist komisch, aber kann man argumentieren. Wenn man Ibuprofen geben kann bei der simplen Cystitis, kann man auch das geben. Gut, was gehen wir? Amoxi, Plus-Minus-Klavulans oder 3 mal 1 Gramm, Toxi, klassisch Acetromycin, sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen Antibiotika. Fraglich adäquat, Zephyroexim, Acetyl, kann nicht viel, schlechte Bioverfügbarkeit. Klinder hat den Haemophilus, den Moraxella nicht drinnen. Zipro hat den Streptococonexet drinnen. Levofloxazin würde gehen, ist aber zu breit und Mox ist sowieso ultrabreit. Das lassen wir maximal einreden bei der odontogenen Sinusitis, wo die eine Mischinfektion hat, die Anaerobie abdecken will und der auf alles andere allergisch ist oder der irgendwo herkommt, wo er einen penicillinresistenten Pneumokokken hat. Okay, aber sonst nicht. Gut, Datenlage, 5 Tage versus 10 Tage Therapie, kein Unterschied. Okay, 5 Tage sind genug. Passt. Nächstes Fallbeispiel. Besorgter Vater kommt mit dem 5-jährigen Sohn, der hat Ohrenschmerzen seit gestern Abend. Kein Fieber, er hat ein bisschen an Schnupfen seit ein paar Tagen. Gehörgang ist beidseits schön, das rechte Trommelfell ist bland, links ist oben vorne ein bisschen gerötet, kein Trago-Schmerz, keine Autorö. Letztes Jahr hat man so ein Antibiotikum bekommen, das hat ihm sehr gut geholfen. Sie verschreiben ihm doch wohl dasselbe, hoffe ich. Was machen wir jetzt? Der besorgte Vater kommt mit dem Sohn und glaubt, er hat irgendwas, das ein Antibiotikum braucht. Was ist einmal die Diagnose? Verdacht der Fotitismedia. Na ja, schau, wir sehen bei der Otoskopie, das Trommelfell links ist oben vorne gerötet. Das ist der Klassiker, wo es anfängt. Soziliäre Insektionen vorne oben, kann immer größer werden und es kann auch durchbrechen natürlich, wenn die Eiter so groß wird. Das Kind hat keine Fieber, es ist ein bisschen gerötet, es rinnt nichts raus. Wozu mache ich eigentlich den Trago-Schmerz? Was ist der Trago-Schmerz überhaupt? Den Trago-Schmerz da vorne drückt man drauf, um externe von der interne zu differenzieren. Mastoiditis ist sehr gut, man muss eigentlich das Mastoid hinten drauf klopfen, ob es keine Mastoiditis ist. Er hat einen Patienten gesehen, 15-jähriger Jugendlicher, wurde state of the art behandelt mit einem Antibiotikum Amoxiclav für die Otitismedia und hat trotzdem eine Mastoiditis entwickelt mit einer Facialis-Parese. Okay, musste dann eine Mastoidektomie gemacht werden, war ein cooler Eingriff mal zum Zuschauen und Assistieren, aber es war eigentlich, es ist halt blöd für den und das wird wahrscheinlich eh wieder besser. Junger Mann, junger Bursch, der hat viel Kapazität, aber trotzdem ist es ein Schock für einen jungen Burschen, wenn er plötzlich eine Halbseite neben dem Gesicht hat. Okay, es ist für jeden ein Schock, aber für einen jungen Mann natürlich noch mehr. Gut, was machen wir mit dem jungen, fünfjährigen Sohn da jetzt? Ja? Sehr gut. Würde ich auch machen. Ich würde bei dem fünfjährigen Patienten eine Watch-and-Wait-Strategie machen. Wir haben vorher gesagt, 60% Spontanremissionsrate nach 24 Stunden, 85% in vier bis sieben Tagen. Man sagt, gehen Sie heim, symptomatisch, Nasentropfen und Schmerzmittel und kommen Sie in zwei Tagen wieder, wir schauen Sie das Ganze an. Man kann bei vernünftigen Eltern ein Rezept mitgeben und denen sagen, hey, wenn es dem Kind schlechter geht, wenn Fieber kommt, dann geben Sie ihm das Antibiotikum. Okay, wenn es nicht besser wird in zwei Tagen, geben Sie ihm das Antibiotikum. Na ja, schau, das ist halt, wenn der jedes Jahr Otitis hat, ist das nicht so tragisch. Heimer Kinder oft. Okay, fast 50% der Kinder haben in den ersten drei, na 66% der Kinder haben in den ersten drei Lebensjahren Otitis Media. Fast jedes Kind hat es. Von der Rezeptivierenden ist er weit weg. Aber kann man mal machen. Freut sich der HNO. Kleiner, junger, wängel, wer nicht herumgewängelt. Gut, hier kommt die Mutter mit der Tochter. Seit gestern Vormittag hat das Kind Ohrenschmerzen beidseits. Es hat Fieber bis 38,7 Grad. Status, Gehörgang ist schön, keine Otorö, kein Trago-Schmerz. Die Trommelfelder sind beidseits gerötet, links, meils, rechts und auch vorgewölbt. Die Kleine hat sicher nichts. Mein Mann meinte, ich soll mal mit ihr zum Arzt gehen. Antibiotikum brauchen wir da doch keines. Die sollen ja so schlecht für den Darm sein. Ursprünglich habe ich es so gehabt, dass die Mutter die besorgt ist und der Mann da nicht besorgt ist. Ich dreh es um, sonst wäre das zu Stereotyp. Das ist die Mutter die Coole hier. Gut, was machen wir? Ja, gibt es. Amoxiclav-Saft gibt es. Genau. Also er sagt, antibiotisch behandeln. Würde ich auch. Okay. Beidseitige Beschwerden, starke Schmerzen, habe ich es nicht oben gesagt, aber ich sage mal, es hat starke Schmerzen. Und das Fieber, okay, knapp 39 dran, kann man antibiotisch behandeln. Würde ich auch machen. Okay. Man kann aber auch hier Watch-and-Wade-Strategie machen, wenn die Mutter sagt, sie hat das schon mal gehabt und das hat gut funktioniert. Ohne Antibiotikum kann man es auch probieren, wenn die Mutter vernünftig ist, okay. Es geht nicht immer, hängt davon ab, in welchem Bezirk man arbeitet. Ja, das ist so. Oh ja, das ist einfach so. Gut. Hohe Spontanremissionsrate, 60 Prozent, haben wir schon gesagt, 24 Stunden, 90 Prozent in vier bis sieben Tagen. Symptomatisch gehen wir NSRs, ein Ibuprofen oder Paracetamol, irgendwas zum Abschwellen, das ist meistens ausreichend. So. Die Empfehlungen, wann man jetzt ein Antibiotikum gibt oder nicht, hängen ab vom Alter des Kindes und von der Ausprägung der Symptome. Unterschiedliche Empfehlungen in unterschiedlichen Ländern sagen, Kinder kleiner als sechs Monate kriegen unabhängig von der Beschwerdesymptomatik ein Antibiotikum. Okay. Ist man größer als zwei Jahre und hat leichte Beschwerden, dann macht man Watch-and-Wait. Okay. Ist man dazwischen, ist man quasi, beziehungsweise wenn man starke Ausprägungen von Symptomen hat, schwere Schmerzen, mit Oterö, hohes Fieber, da macht man immer eine antibiotische Therapie. Also kleiner als sechs immer, bei schwerer Symptomatik immer, ist man weder jung und ist ein bisschen älter als zwei Jahre und hat man keine schweren Symptome, kann man Observation machen. Zwischen ein halben Jahr und zwei Monate variieren die Empfehlungen, okay. Da kann man sich überlegen, was man macht, ob man Watch-and-Wait macht oder antibiotisch. Okay. Gut. Was nehmen wir für ein Schmerzmittel? Cochrane Review. Sehr kleine Studie drin, aber ist halt so. Die haben verglichen Paracetamol versus Placebo bei Otitis bei Schmerzreduktion 48 Stunden nach der Gabe. Paracetamol signifikant besser mit einer NNT von sieben. Das ist nicht sehr viel, ich meine, das ist ja hoch, oder? Muss man sagen. Die NNT. Ibuprofen, genau das gleiche, NNT von sechs. Also, und wenn man die zwei vergleicht, ist es wurscht, was man gibt, okay. De facto ist es egal, Ibuprofen oder Paracetamol. Ich bin Ibuprofen, das ist ein sehr gut verträgliches Präparat. Dann gibt es, wie hoch ist die Dosis vom Ibuprofen? Das müssen jetzt sogar diejenigen wissen, die erst im zweiten Jahr sind. Was ist die Maximaldosis am Tag? 2400 Maximaldosis, 400 Milligramm an einer Tablette, es gibt auch 600 Tabletten. Es gibt auch eine Spezialformulierung, das Ratio Dolor. Das hat nämlich ein Lysin gekoppelt dran und wird deshalb schneller resorbiert. Das hat eine, das wird, das wird auch 15 Minuten, habe ich schon wirksame Spiegel. Das ist das Menstruationsschmerzmittel. Also, jeder von euch Mädels, die starke Menstruationsschmerzen haben, probiert es Ratio Dolor. Wenn es ein bisschen anfängt zum Zwicken, rein damit und der Keim, der Schmerz ist im Keim erstickt. Okay. Kann man nur empfehlen. Ibuprofen. Gut, wie lange therapieren wir jetzt die Kinder? Zwischen 6 und 23 Monaten. Shoulder is better, hat man probiert. 10 versus 5 Tage. Blöd, man muss sie leider 10 Tage therapieren, weil in der 10-Tagesgruppe hatte ich weniger Clinical Failures. Das ist 16% versus 34%. Also, die Patienten unter zwei Jahre müssen 10 Tage therapiert werden. Ältere reichen 5 Tage Therapie. So, ihr habt einen Vortrag im Rahmen des giftigen Dienstag mit ganz, ganz vielen Studien dazu. Über alle zusammenfassend kann man sagen, die Spontanremissionsrate ist sehr hoch bei dieser Erkrankung. Bei Otitis und Sinusitis meistens so 80 bis 90% in zwei Wochen oder in einer Woche. Die Number Needed to Treat, um Schmerz zu reduzieren, ein bisschen schneller gesund zu werden, ist meistens so um die 20, 18 bis 20. Die Number Needed to Harm, um irgendeinen negativen Effekt zu haben, Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, ist meistens um die 10. Okay. Aber trotzdem, manche brauchen ein Antibiotikum. Das muss man differenzieren. Alles nicht so einfach immer, aber besser sparsam einsetzen. Und, ja, symptomatische Therapie. Wenn wir vorher die Mastoiditis angesprochen haben, um eine Mastoiditis zu verhindern, habe ich einen Number Needed to Treat von über 4.000. Okay, ich muss 4.000 Leute behandeln mit einem Antibiotikum, um eine Mastoiditis zu verhindern. Das ist es nicht wert, das Antibiotikum jedem zu verschreiben. Okay. Gut, das haben wir heute schon gemacht, im Endeffekt. Kurze Zusammenfassung. Wir haben uns angeschaut, die verschiedensten Krankheitsbilder und deren Erregerspektren. Wir haben uns angeschaut, die Treatment Duration. Okay. Ich empfehle jedem dieses Paper. Das ist ganz, ganz kurz. Das sind zwei Seiten. Im Charme von Spellberg, der hat eben aufgelistet die Studien, die verglichen haben Short Treatment versus Long Treatment. Und in den Studien kommt halt immer raus, dass das kurze Treatment genauso effizient ist oder sogar besser. Hier geht es halt um die Fußnoten, kann man nachlesen, die einzelnen Studien. Das ist wirklich cool. Es ist einfach nicht mehr 10 Tage, sondern 5 Tage Pneumonie. Es ist Pylymophritis eben 7 Tage, nicht mehr 14 Tage. Osteomyelitis sind 6 Wochen, keine 12 Wochen mehr. Bei einer unkomplizierten natürlich Cellulitis, muss man eigentlich ausklammern, doch eher 10 Tage. Blöd gelaufen, ist halt so bis jetzt. Auch bei intraabdominellen Infektionen, eine komplizierte intraabdominelle Infektion, ein perforierter Appendix, eine perforierte Gallenblase, ein perforierter Divertikel mit Eiter im Bauch, wenn das chirurgisch saniert ist, reichen 4 Tage Therapie. Shorter is better. Merkt es das an, wenn ihr irgendwo arbeitet, bei einer Visite seid und der Patient hat schon 10 Tage Antibiotikum bei einer Pylymophritis und er sagt, hey, eigentlich kann man das schon absetzen und dann kommt es als Antwort, dann muss man schon 2 Wochen therapieren. Dann sagt es, na, da gibt es Daten, die sagen was anderes. Traut es euch, was zu sagen, traut es euch zu fragen, seid mutig bei der Visite. So, jetzt noch eine kurze Sache, das liegt mir immer am Herzen. Wenn Patienten fiebern, werden oft Blutkulturen abgenommen. Okay, dann sage ich immer der Pflege, hey, 2 Sets, also 4 Flaschen, dann kommt das, das habe ich noch nie so gemacht. Sag ich, ja, muss man aber so machen. Warum muss man das machen? 2 Flaschen, ein Set ist kein Set. 4 Flaschen Minimum, okay. Pro Flasche sollten 10 Milliliter drinnen sein und eine Single-Side-Sample reicht. Das heißt, eine Punktionsstelle muss nicht links und rechts punktieren. Das muss man nicht. Einmal punktieren und 4 Flaschen abnehmen. Warum mache ich das? Ich erhöhe mit 4 Flaschen signifikant die Nachweiswahrscheinlichkeit eines Keimes und ich reduziere oder ich kann leichter Kontaminationskeime identifizieren. Weil wenn in einer von 2 Flaschen der Coagulase-negative Staphylococcerin ist, der Epidermitis meistens, was heißt das jetzt? Kontamination, ja oder nein? Ist aber in einer von 4 Flaschen positiv, ist es fix eine Kontamination. Okay. Kontaminationskeime sind meistens der Staph Epidermitis, Propionium Bakterium Akne, das ist übrigens jetzt heißt Kuti Bakterium Akne, ist auch gescheiter, sitzt ja auf der Haut. Kuti, kann man sich leichter merken. Und die Virta's Group Streptococcus sind auch dabei. Also Oralis, Mitis, Sanguins, wie sie alle heißen mögen. Gut. So, sind wir schon bei der letzten Folie angelangt. Zusammenfassung, es ist halt wirklich wichtig zu wissen, welche Krankheit wird von welchem Keim ausgelöst. Was sind die Keime? Welche Resistenzmuster gibt es? Und welches Antibiotikum kommt an welchen Wirkort? Bilddynamik, Kinetik ist nicht schlecht. Konstellationsabhängig, Zeitabhängig, wird es renal eliminiert, wird es bilier eliminiert? Kommt das Mox überhaupt in die Blase? Nein, kommt es nicht. Solche Sachen sind halt wichtig. Beta-Lactame beim akuten Nierenversagen, bitte nicht zu früh anpassen. Wenn der einen Acute und Chronic Kidney Fehler hat, gibt es die ersten zwei Tage die volle Dosis. Wenn sich die Niere unterfängt, beim Beta-Lactam passt es. Wenn nicht, kann man immer noch reduzieren. KW, CFP, Mengen, den Krämpfen. Resistenzraten sind wichtig. Nicht jeder Harnwegsinfekt, nicht jede COPD, nicht jede Sinusitis, nicht jede Otitismedia braucht ein Antibiotikum. Ausgewählte Fälle brauchen das. Solter is better. Orientiert die Dauer an der Klinik. Wenn es dem gut geht, das CRP ist weg und der wurde fünf Tage antibiotisch behandelt mit der Pneumonie, da braucht er nicht weiter mehr. Das ist es. Aus. Von mir aus auch vier Tage. Ist auch komisch, wir geben, entweder gehen wir fünf Tage oder zehn Tage, wenn wir in dem Zehnersystem denken, oder man gibt sieben Tage oder vierzehn, wenn man im Wochensystem denkt. Es gibt ja keiner drei Tage oder sechs Tage. Das passt irgendwie nicht so ganz in unser Konzept. Aber Klinik schlägt irgendwelche komischen Zahlen, die irgendwo drinnen stehen. Gut, und im Zweifelsfall einfach einen Infektiologen konsultieren. Okay? Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, steht zur Verfügung.